herzlich willkommen zum neuen tech talk bei qso4u nach der sommerpause die wir wie immer natürlich sehr gut angekündigt hat ein klasser bei qso4u ja das ist schon ein running gag ich glaube wir hatten das letztes und vorletztes jahr auch so einfach mal ja da waren wir halt einfach mal drei vier wochen weg oder fünf wochen ja aber ihr seid ja auf youtube versorgt worden mit videos aber dazu später mehr und ich bin natürlich nicht alleine heute ist noch mit dabei der david der georg ja und mein name ist steffen kolb wie schon in den anderen folgen ja mensch was war denn so alles los wir haben heute mal einigen mix an themen zusammengestellt von den letzten drei wochen da sind sachen dabei die sind relativ aktuell gerade erst passiert und es gibt auch sachen die sind so ein bisschen älter es ist natürlich klar dass wir jetzt nicht alles drin haben und ich habe jetzt auch zum beispiel so ein paar sachen zusammengefasst weil das uns viel viel zu lang gewesen wäre das nur vorab schon mal als disclaimer ja und dann würde ich sagen fangen wir mal mit tiktok an erst mal vorne weg hände hoch wer von euch hat denn tiktok also ich sag ich schon mal nein ich habe noch kein tiktok du weißt dass wir dass wir keinen video chat haben also hände hoch ist ein bisschen schwer aber ist ja ganz gut weil dann weißt du ganz genau wer keins hat nein ich habe ich hasse tiktok ich habe aber keins ich habe auch kein tiktok also die app okay suspect ja also das schon mal vorneweg also auch vielleicht als disclaimer falls hier irgendwelche influencer zugucken die durch irgendwelche zufälle auf unseren kanal kommen oder auf unseren podcast kommen soll ja manchmal zufälle geben wo solche leute dann tatsächlich hier mal aufschlagen und dann gibt es irgendwelche bösen e-mails nein ja ist tiktok ist ja schon ein bisschen länger jetzt im gespräch durch die übernahme versuche die so ein bisschen politisch durch trump halt irgendwie anvisiert werden vielleicht für unsere zuschauer und zuhörer die von dem also die noch nicht so wirklich wissen was tiktok ist vielleicht mal so ein bisschen erklärt also ich muss auch ganz ehrlich sagen so hundertprozentig der sinnhaftigkeit von tik tok hat sich mir auch noch nicht erschlossen im prinzip funktioniert es so wie ein video stream der zufällig generiert wird das heißt also man lädt sich die app runter man beantwortet so ein paar fragen zu ja welche neigungen hat man welche interessen hat man und dann kriegt man halt random irgendwas in der timeline vorgeschlagen der thrill daran ist halt dass es nie aufhört das ist nicht so dass man da jetzt nur so ein paar leute gefollowt hat also den folgt und dann hört dieser stream irgendwann mal auf weil die leute halt nichts mehr gepostet haben sondern kommt immer wieder neuer shit dazu also immer wieder was neues von irgendwelchen leuten also dahingehend verstehe ich vielleicht so ein bisschen den thrill dass man sagt es ist ja ganz interessant vielleicht mal auf neue sachen zu kommen und da verstehe ich zum beispiel auch unternehmen deswegen habe ich auch gesagt ich bin noch nicht auf tik tok weil es könnte natürlich sein weil ich bin ja hier dieser elitäre geschäftsführer und und projektleiter von kurs of you dass ich irgendwann sage okay das könnte für uns wirklich als möglichkeit an irgendwelche leute ranzukommen mit denen wir vorher noch die wir vorher vielleicht nie erreicht hätten außerhalb unserer bubble irgendwie dass man an die rand kommt über tik tok weil denen zufälligerweise da irgendwas mal vorgeschlagen wird ja und das ding kommt halt aus aus china das ist halt auch so ein ding das stößt natürlich donald trump auch sauer auf dass diese ganze baustelle halt keine us baustelle ist sondern eine chinesische baustelle kann ich zum gewissen teil natürlich auch nachvollziehen weil natürlich dieses system erstes mal alles andere als transparent ist also man weiß jetzt nicht genau anhand welcher algorithmen arbeitet tik tok und es ist auch kein geheimnis dass zum beispiel in china die inhalte natürlich sehr an das politische system angepasst werden und so weiter und die befürchtung besteht natürlich auch wenn wenn man jetzt tik tok irgendwo außerhalb chinas im einsatz sieht dass natürlich dann da irgendwelche inhalte bevorzugt werden oder ein in die timeline reingespielt werden die vielleicht irgendwelche höheren ziele verfolgen das sind wir jetzt schon sehr im bereich vielleicht schon fast verschwörungstheoretiker aber es ist nicht unwahrscheinlich dass sowas passiert und es kann natürlich auch passieren und ja die freie meinungsäußerung ist halt sieht man halt da auch so ein bisschen gefährdet auf tik tok ehrlich gesagt sieht man nicht nur sondern die ist gefährdet also da wird rigoros zensiert also da gab es auch dieses ganz bekannte beispiel vor ein paar monaten wo das video angefangen hat wo sich da so mädchen so die haare gekämmt hat und dann noch ungefähr zehn sekunden hat sie über die lage der uiguren in china berichtet und dadurch dass es halt erst nach zehn sekunden gekommen ist ist es eben nicht durch diesen filter von diesen moderationen durchgegangen also die haben schon upload für filter vor deutschland ja die haben direkt leute angestellt die sich jedes video kurz anschauen und dann in eine von glaube ich sechs kategorien stellen das war eher so ein seitenhieb jetzt mal in richtung unserer politischen lage was internet angeht was man was man da aber auch sagen muss bei der geschichte wo ich so ein bisschen zusammenzucke ist einfach dass tik tok eigentlich unsere komplette das klingt jetzt vielleicht krass aber unsere komplette jugend in deutschland eigentlich beeinflussen könnte weil geht mal auf die straße und fragt da mal rum ihr werdet wahrscheinlich 90 prozent aller jugendliche erleben die tik tok irgendwie vorinstalliert haben oder installiert haben und sascha lobo war das glaube ich der auch mal im interview da gemeint hat also wenn wenn man überlegt dass das chinesische regimen zugriff auf die kinderzimmer unserer deutschen kinder hat dann ist es schon sehr bedenklich und das verstehen halt viele eltern nicht also ich habe auch in der verwandtschaft jetzt hier ein junges ehepaar mit kind und so weiter die halt da auch sich nichts dabei denken und da auch völlig frei für tik tok und so ich meine die die beschäftigen sich halt nicht damit und das ist halt auch so ein ding so ein problem was ich aktuell noch sehe dass es halt noch sehr in dieser tech blase drin ist das halt wir nerds wir unterhalten uns darüber wir interessieren uns dafür aber so die breite masse die hören da ja trump hat er irgendwas und dann sagen dann schalten die meisten schon gedanklich weg und sagen ah der trump der idiot da der denkt ja auch das bäume explodieren und solche geschichten also hat man jetzt in der pre show aber hat er wirklich gesagt scheinbar irgendwo mal dass er angst da hat irgendwie das oder dass die ösisch ist ja genau die österreicher gelobt dass sie ja so gut gegen wald kann quasi so gut gegen waldbrände vorgehen und wenn bäume sehr trocken werden könnten sie hingegen jedoch explodieren ja alles klar und die österreicher leben in direkten baumstätten der denkt wahrscheinlich auch bei euch in münchen läuft jeder mit dracht rum und mit zum seppelhut und weißwurst in der hand so sauerkraut auf der anderen ja und so ein maßbier überall ja es ist schon es ist schon echt bizarr nee aber spaß beiseite wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben ja jetzt habe ich den faden verloren weil das sie bei trump dann schon abschalten ach so genau das genau dass die leute halt trump da nicht ernst nehmen weil halt weil sie denken ja gut der spinner da in den usa was der da schon wieder aber in dem fall ist es halt wirklich durchaus mal berechtigt dass man sich auch mal überlegt was ist denn da eigentlich mit tik tok los dass es natürlich vielleicht nicht unbedingt besser ist wenn us amerikanische konzern tik tok übernimmt ist natürlich auch klar da gab es ja diverse versuche seitens microsoft zum beispiel oder oracle sogar wo ich mich gefragt habe was zum will den oracle bitte mit tik tok also das ist so ein bisschen oracle ist für mich im moment ich wir hatten ja schon mal eine folge wo ich maßlos über oracle abgerage habe aber was will oracle eigentlich mit so einer plattform also das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen die haben es natürlich auch irgendwie nicht bekommen jetzt ist ja so das thema okay wer könnte denn noch interesse haben und wer könnte das noch machen instagram ist im gespräch und facebook und also alles irgendwie noch so ein bisschen wild ja aber die frage ist halt macht es das ganze wirklich besser ja und und trump geht halt jetzt auch so weit dass er jetzt das ganze und das finde ich halt auch hochinteressant dass der arm scheinbar jetzt auch so weit reicht dass es sagt ja ich kann das ding auch bei uns in den stores verbieten in den usa und das fand ich auch ein bisschen erschreckend dass das trump so ohne weiteres ich meine natürlich ist es schon irgendwie möglich und ich glaube auch dass es in deutschland möglich wäre aber da muss halt so eine app auch richtig gegen gesetze verstoßen ich meine disclaimer hier kein jurist und so und kein gar nichts bin ich aber nun mal so also ich meine ich kann mir nicht vorstellen dass man in deutschland das merkel sagen könnte okay die app der npd im store ich weiß nicht ob es sowas gibt aber falls es sowas gibt die schmeiße ich da jetzt lasse ich jetzt einfach mal rausschmeißen oder von ein alexa skill von der afd habe ich letztens gesehen sowas zum beispiel ja oder oder genau oder von von qn von diesen verschwörungsleuten da die auf diesen demos laufen so dass sowas halt oder querdenken oder so dass sowas halt raus zensiert wird ich glaube das ist nicht so einfach und das ist halt wieder sowas wo ich sage das hat alles so ein bisschen ein geschmäckle so die diese es ist ja trotzdem die demokratie in den usa das darf man ja alles nicht vergessen aber es ist halt dann doch nicht alles so demokratisch und frei wie wie man vielleicht denkt im ersten moment wenn man an die usa denkt weil das ist ja eigentlich so das vorzeigeland immer gewesen was freiheit angeht und und ding aber ja so ganz dann halt doch nicht und vor allem nicht bei diesem präsidenten ja da ist auch interessant da gibt es jetzt ein institut wo so kennzeichen für demokratie und autokratie quasi so überwachen und die sagen auch ja die usa rutscht langsam in der autokratie um ja ja das würde ich so unterschreiben also das könnte ich mir gut vorstellen aber ich bin jetzt wirklich mal gespannt wie das weitergeht ich vielleicht kriegt das ja doch noch durch irgendeine us-firma gekauft ich bin ganz ehrlich ich glaube dass der einkauf vielleicht von microsoft nicht der schlechteste gewesen wäre weil wenn man sich zum beispiel mal linkedin anguckt linkedin ist ja auch microsoft produkt mittlerweile da hat microsoft die plattform eigentlich nicht kaputt gewirtschaftet also wenn man sich mal xing anguckt xing habe ich so den eindruck ist irgendwie so ein deutsches ding das wird auch kaum genutzt also ich kenne niemanden der wirklich content irgendwie für xing ja erstellt und postet und so weiter wenn ich aber meine timeline in linkedin angucke und auch wie aktiv die leute dort sind und dass die da wirklich schreiben kommentieren ich glaube schon dass microsoft es gelungen ist mit linkedin zusammen eine plattform auf markt zu werfen die halt auch nachhaltig eine zukunft hat wurde halt ich merke halt so mein meine ganzen business kontakte die sind alle auf linkedin und da habe ich dann auch meine timeline und so weiter manche sind natürlich auch auf twitter in den seltensten fällen sind leute auch auf facebook aber die ganzen business kasper die sind alle auf linkedin und das funktioniert und ich glaube halt auch dass tik tok bei microsoft vielleicht sogar auch funktioniert hätte bin ich ganz ehrlich also zumindest das thema cloud hosting hätten sich keine gedanken machen brauchen aber gut da fällt mir gerade ein cloud ich habe noch ein thema vergessen aber das erwähne ich dann mal am ende noch microsoft hat ja ein rechenzentrum ins wasser versenkt und das stimmt nach zwei jahren wieder rausgeholt genau ja aber das nur mal so am rande also ich weiß nicht oder hättet ihr noch eine idee wäre vielleicht tik tok in den usa kaufen könnte twitter schon genannt apple apple oder epic ja doch zu epic wird es doch irgendwie passend sofort nein das ist für mich auf derselben stufe ja gut epic hat ja im moment eher probleme mit apple also das ist ja ist eine andere geschichte wegen den in place wie nennt sich das in app käufen und so ich und dieses side loading von dateien und so weiter da ist apple ja auch ganz fuchsig wobei man ja sagen muss ich bin jetzt nicht so in der thematik drin muss ich ganz ehrlich sagen ich habe aber einen podcast darüber gehört über das ganze thema das muss ja wirklich eine richtige sauerei sein also wenn jemand übrigens nur mal so randnotiz wäre sich sehr für apple interessiert er kann sich gerne mal die jungs vom wer sind apple talk oder zum beispiel bits und so antun die kollegen die haben da natürlich offenkundig sehr sehr viel mehr informationen über apple als wir weil wir sind jetzt nicht so die tagtäglichen apple user ich bin zwar auch im apple game david du ja glaube ich auch mit dem iphone ich bin mit einem macbook so ein bisschen drin aber wirklich so in der tiefe natürlich nicht was mich sehr geschockt hat thema apple dass die teilweise 30 prozent nehmen von den von den verkäufen über ihren app store und dass die aber auch verbieten über die über die richtlinien dass du irgendwie in app käufe tätigen kannst und wenn du in app käufe machst dann muss apple auch an diesen in app käufen beteiligt werden also nehmen wir mal an du hast ein macbook und kaufst hier microsoft office über den apple store das geht ja dann zahlst du an microsoft geld und davon kriegt oder umgekehrt an apple und davon nimmt sich apple 30 prozent das ist schon heftig also und dass da viele entwickler natürlich ziemlich angepisst sind und beim iphone hast du eigentlich keine chance irgendwie apps über ja außerhalb installiert außer es ist gejailbreak was ja bei android durchaus möglich ist und das ist diese thematik halt bei epic und fortnight für für smartphone oder halt für ios oder halt auch für den für den mac dass die sagen nee wir haben da kein bock drauf dass ihr uns da mit in die in die tasche greift oder zumindest nicht so sehr in die tasche greift was man irgendwie auch nachvollziehen kann und apple ja die haben halt argumente die sind halt jenseits von also das kann man nicht so ganz nachvollziehen die argumentieren halt dann oder die vergleichen damit welche kosten du hättest als software entwickler wenn du deine software irgendwo in irgendwelchen läden verkaufen würdest du am grabbeltisch oder das ist natürlich noch zeitgemäß solche sachen miteinander zu vergleichen ähm aber so versuchen die sich da halt irgendwie rauszureden ähm ja schwieriges thema also apple aber durchaus könnte ich mir das sogar als valide vorstellen jetzt ohne scheiß also apple hat ja noch nix in dem bereich das stimmt ja die haben ja kein social media ähm wahrscheinlich ganz ehrlich wahrscheinlich kommt da irgendein unternehmen um die ecke wo wir nie gedacht hätten was weiß ich das ist irgendwie also microsoft hätte wirklich irgendwie noch gepasst aber das wäre auch zu lustig gewesen wenn es wirklich funktioniert hätte wenn du dann was weiß ich in in microsoft teams irgendwo dann tik toks posten kannst und solche geschichten oh gott ja aber ja ich glaube nicht dass es in irgendeinem unternehmen verkauft wird weil auch china hat jetzt auch selber strengere regeln in kraft gesetzt die eben den verkauf verhindern sollen oder verschwierigen sollen also china hat da auch noch ein mega wort mitzureden und auf jeden fall ich glaube die haben da nicht wirklich ein interesse dran natürlich nicht vor allem wenn das halt wirklich ein ein festes rädchen im propagandautomat ist äh von von china äh so ist es ja auch bei bei wechat wechat ist ja bewusst so als große plattform das ist ja da läuft ja alles drüber bei denen genau also viele denken ja immer wechat ist sowas wie whatsapp aber das ist bei denen ja eher wie so ein intranet oder so ein social internet eigentlich wenn du so ein social internet genau wo du zahlungen tätig deine kredibilität sei es nicht nur geldtechnisch sondern auch so als person quasi drüber geratet wird und so ein zeugs genau die haben ja dieses scoring system wo dann halt auch alle möglichen daten zusammengefasst werden wenn du dich irgendwo bewegt wenn du bei rot über die ampel gehst wenn du rechtzeitig zahlst sinkt dann scoren du darfst nicht mehr reisen oder so genau solche geschichten die spielen damit rein und das wird halt auch alles über wechat abgewickelt also das ist praktisch eine mischung aus allen möglichen aus ebay aus aus whatsapp aus facebook aus twitter aus youtube und alles mögliche aus paypal alles in einer app bei denen wo halt dann viel vieles von dem sozialen leben einfach über diese app stattfindet und das ist nicht einfach nur ein chat das war es vielleicht am anfang aber das ist halt immer mehr aufgebohrt worden und da ist halt auch klar dass da die die chinesischen behörden da völlig völligen zugriff auf die systeme haben und was man da drin schreibt das ist alles andere als geheim auch wenn man vielleicht denkt dass man es mit den leuten persönlich schreibt und da sind wir zum glück bei whatsapp aktuell noch weit entfernt und wenn jemand bedenken hat dann kann er sich ja sowas wie streamer oder eben eine eigene plattform installieren oder die konkurrenz von microsoft oder irgendwas aber bei uns gibt es halt immer noch mittel und wege und da merkst du halt schon den unterschied zwischen einem totalitären system und halt eben ein 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 rechtsstaat oder ein demokratisches land das ist halt dann doch noch mal ein bisschen unterschied naja viel können wir leider noch nicht so ganz dazu sagen es bleibt spannend zum thema oracle fällt mir noch ein die haben ja im moment auch ziemlich viel zu tun weil die hosten ja auch übrigens zoom also falls ihr das nicht wusstet also hinter der infrastruktur von zoom steckt oracle die betreiben scheinbar ihrer cloud mittlerweile die ganzen zoom geschichten auch interessant ja das nur mal so am rande ja und dann gucken wir mal wie das weitergeht ich kann mir auch nicht vorstellen dass tik tok sich das so einfach gefallen lässt ich meine irgendwann sind ist natürlich der der arm in die usa ist natürlich dann abgebrochen aber ganz ehrlich ist tik tok nicht auch bei den kids in den usa so ein wahnsinniges thema wie in deutschland mit sicherheit doch ja klar also ich kann mir nicht vorstellen ich könnte mir schon vorstellen dass der öffentliche druck auf trump irgendwann so hoch sein wird dass dann irgendwann berater sagt also hier donald das kannst du nicht machen sonst wirst du nicht mehr gewählt und dann sagt donald okay dann dann okay dann macht halt euer tik tok dann wenn es um meine wahl geht dann dann bin ich dann doch ein bisschen anders naja wie jetzt mit corona so wie der jetzt die ganze zeit aufgetreten ist also ich glaube der hatte der ist ja kompletten trampelpfad also der der ist jetzt quasi der ist jetzt auch der elefant im porzellanladen dem ist es ja wobei er es gab ja jetzt diese geschichte wo ich die kann ich noch nicht so ganz einordnen aber ich bin kein kein politikexperte hoch 10 ähm ich bin nur interessierter politikverfolger ähm aber was ich immer noch nicht so ganz deuten kann ist das thema mit dem corona mit der corona geschichte da soll ja jetzt ein interview aufgetaucht sein ähm wo er wohl schon ähm relativ früh anfang des jahres gemeint hat in dem interview corona ist wahnsinnig gefährlich und so weiter und äh jetzt wurde das dann so hingedreht ähm ja er hat es ja nur nicht es wurde ja nur nicht veröffentlicht das interview und äh weil er wollte das volk nicht beunruhigen aber der kurs seiner politik war ja dann trotzdem die ganze zeit wir machen nichts oder wir versuchen es auszusitzen oder der china-virus und was weiß ich alles also irgendwie passt da was nicht zusammen ich könnte mir vorstellen dass es halt von dem von seinem team irgendwas geschickt eingefädeltes gewesen ist wo man natürlich auch wieder im bereich verschwörungstheorien sind muss ich ganz ehrlich sagen aber es ist halt schon irgendwie merkwürdig dass dieses diese geschichte jetzt auftaucht äh kurz vor der wahl äh und und jetzt äh wo die armys praktisch schon von corona gezeichnet sind wo massengräber ausgehoben werden wo die die leute nicht mehr wegkriegen wo in irgendwelchen kühllastern vor den krankenhäusern die toten reingeschoben werden und jetzt ausgerechnet nach diesen ganzen sachen jetzt wo er praktisch weiß wie gefährlich corona eigentlich wirklich ist äh jetzt auf einmal taucht dieses interview auf ähm ja das sind ein bisschen viel zufälle für meinen geschmack muss ich ganz ehrlich sagen ja das ist aber gut dieses zweite parteien system das ist einfach so ein gegenseitiger krieg dort drüben ja also wahlkampf ist bei denen halt dann doch noch ein bisschen rabiater als bei uns die greifen halt auch zu den wobei waffen warte mal teilweise ja boah da habe ich letztens so ein video drüber gesehen äh da ging es um so einen senatoren und da haben halt fünf leute gegen den senatoren ausgesprochen und am ende des videos hat sich so rausgestellt ja das waren seine geschwister und die haben dann auch nachher gesagt ja das war dann ein komisches thanksgiving okay naja gut dann würde ich sagen äh schreibt uns doch mal in die kommentare was ihr von tiktok haltet ihr könnt uns natürlich auch eine äh mail schreiben an tiktok at qso4u.com äh ihr könnt uns auch über die social medias schreiben erreichen wie auch immer äh das ist alles möglich und dann würde ich sagen kommen wir zu einem äh ja zu einem thema aus dem august noch also der gamescom das ist jetzt ein harter cut ich habe jetzt auch keine gute überleitung äh aber ähm wir kommen jetzt mal zur gamescom 2020 die ja digital stattfand und ich habe mich ja schon so ein bisschen gefreut weil ich gedacht okay das ist eine chance ich bin ja auch eher tendenziell positiv eingestellter mensch weil muss man ja heutzutage auch sein wenn man in deutschland unternehmen hat ähm ja und da habe ich gedacht okay leute ähm lasst äh die spiele beginnen und es war dann halt naja eher so ähm nicht so der burner ähm fangen wir vielleicht mal von vorne an ähm also erstmal dieses thema was wir ja schon mal uns erhofft hatten georg und ich dass es hier irgendwelche spiele keys gibt und die äh leute die besucher der gamescom halt einfach dieses testweise anzocken über ein entweder auf ihren eigenen rechner machen können oder halt eben in der cloud es fand halt überhaupt nicht statt äh war jetzt auch kein so großes, also für mich keine große Überraschung, weil ich hab das der Messe nicht zugetraut, dass die das so auf die Schnelle mal aus dem Hut zaubern und dafür hatte die Gamescom digital einfach viel zu wenig Reichweite. Was man halt auch gemerkt hat, einfach dieses ganze Community-Ding ist halt auch irgendwie völlig in die Grütze gegangen, weil letztendlich die ganzen Leute oder die ganzen Leute, die wegen der Community zur Gamescom gehen, die ja, die hatten natürlich eigentlich überhaupt keinen Grund, dieses Jahr an dem Digital-Event irgendwie teilzuhaben, weil wenn im Prinzip sind da ja nur irgendwelche Livestreams gelaufen und man hat auch relativ wenig Leute jetzt aus der deutschen YouTube-Szene zum Beispiel genommen, es war halt viel Internationales dabei, was ja okay ist, kann man ja machen, aber man muss halt vielleicht auch den Leuten gerecht werden, die ja, wegen der deutschen Community, sei es jetzt YouTube, Twitch, von mir aus auch irgendwelche TikTok- und Instagram-Leute, aber dass man halt diese Leute irgendwo abholt und ich hätte mir, wenn schon diese ganzen Shows stattfinden, auch eine gewünscht, regelmäßige Show, die hatten ja auch täglich Livestreams und so, auch mit Entwicklern, fand ich auch spannend, waren auch wirklich gute Sachen dabei, aber ich hätte mir auch was gewünscht, wo sie halt so ein paar YouTuber einladen und da einfach irgendwas machen für die Community, ähm, und dass sie da irgendwie mit den Leuten interagieren können, vielleicht auch irgendwas zocken oder so, ähm, über, wie es früher Giga gemacht hat, einfach mal gesagt, okay, wir haben jetzt hier, was weiß ich, äh, wir zocken jetzt gleich das und das Spiel, ihr könnt mit uns auf den Server joinen und so weiter und so fort. Sowas hätte ich mir gewünscht, sowas ist aber nicht, hat aber nicht stattgefunden und das fand ich einfach ein bisschen schade, ähm, ja, plus noch die Geschichte mit der Eröffnung, die wurde ja, also über den Pressekanal, äh, komplett, ich weiß nicht, ob der auf YouTube auch lief, äh, der, die Pressekonferenz, der Stream, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, der war halt auch witzig, weil, äh, im Prinzip war er wirklich gut produziert, also hochwertig produziert, die haben da irgendeine, ähm, relativ gute Produktionsfirma am Start gehabt, ähm, ja, aber das Thema war da eben auch, ähm, dass, ja, viel, viel dabei war, wo man sich halt sparen hätte können von, ähm, also unser, unser Freund, der, der, der letzten, der, der Politiker oder das, wie war das eine Meme mal, ähm, den Politiker, ähm, sieht das Steuergeld als letztes, also den Andi Scheuer, wenn es verbrannt wird, ähm, der war auch dabei, der Andi Scheuer, der hat dann halt auch noch so, Thema Gameförderung und so weiter, ähm, hat er halt auch noch ein bisschen was erzählt, unsere Dorothee Bär war auch mit dabei, ähm, die hat aus ihrem Büro, hat die dann kurze Videobotschaft gemacht, ähm, der Andi Scheuer hat sich dann auch mit, ähm, einem Entwicklerstudio unterhalten, das war auch alles in dieser Eröffnung drin, wo ich mir dann so gedacht hab, ganz ehrlich, warum macht ihr nicht jedes Jahr die Eröffnung der Gamescom mit solchen Einspielern und nicht einfach nur, ja, wir haben hier so eine Logowand und dann stellen wir da ein paar Politiker davor und die halten dann zehn Minuten irgendwelche langweiligen Reden und, äh, dann kommen so ein paar, äh, Fotografen von den, von den Regionalzeitschriften und von RTL und dann passt die Sache. Warum machen die das nicht immer so? Weil ich fand, die Eröffnung war, äh, war nicht wirklich langweilig, ähm, wenn man so manche Sachen, wenn man sich für manche Sachen interessiert hat, äh, und halt auch dann mal so der Besuch vom Laschet zum Beispiel, äh, bei einem Entwicklerstudio und bei einem Startup und so weiter, natürlich ist, wenn solche alten Politiker, das liegt einfach an der, an der grundsätzlichen, äh, wie soll man sagen, einfach an dem Grundsatz, dass es ein Politiker ist, der damit nichts zu tun hat und so weiter, dann ist es immer ein bisschen cringe. Völlig klar, völlig klar, die ganze Geschichte, aber die, die Geschichte an sich, dieses Konzept, dass man sagt, okay, da ist nicht nur jemand, der von seinem Zettel irgendwas, was ihn Berater aufgeschrieben hat, vorliest, sondern dass jemand dann auch mal in so ein Unternehmen reingeht und da auch sich mit den Leuten unterhält, das Ganze, die Leute dran teilhaben können. Die Idee fand ich ganz gut und das fand ich, hat diese Eröffnung wirklich, äh, ich meine, wir waren ja jetzt, das ist kein Geheimnis, wir waren ja seit 2013 jedes Jahr auf der Gamescom und, äh, das war halt oftmals wirklich sehr dröge und langweilig, bis auf das eine Mal, wo halt zum Beispiel auch die Dorothee Bär ein bisschen, äh, mehr erzählt hat, äh, und auch ein bisschen freier erzählt hat, als, äh, als die meisten Politiker es tun, aber es war eigentlich im Prinzip jedes Jahr der gleiche Schmarren und jedes Jahr eigentlich austauschbar und langweilig und, äh, nicht wichtig einfach, einfach nicht wichtig und das fand ich dieses Jahr einfach gelungener, dass man sagt, okay, äh, dann, man hat die Leute an unterschiedliche Positionen gestellt und ich wäre auch ehrlich gesagt, wenn die Gamescom wieder offline stattfindet, nicht böse, wenn diese Eröffnung einfach nur als Stream stattfindet und, äh, man dann halt was zusammenschneidet und, ähm, diesen Messe-Rundgang, den darf es natürlich auch wieder geben, den, den gibt es ja jedes Jahr, dass dann irgendwie Politiker über die Messe laufen, äh, mit der Presse zusammen, natürlich darf es den geben, aber, ähm, aber bitte, äh, fasst euch kürzer und vor allem, man kann es euch ja ein Spieler oder irgendwas, das kann man trotzdem bringen und vielleicht einen ordentlichen Moderator oder irgendwas, aber halt einfach nicht mehr so, so staatsmännisch und so langweilig und das ist eine Gaming- und Unterhaltungsmesse und, und das ist nicht die Eröffnung der Haushaltswarenmesse oder, oder irgendwie sowas, oder der Industriemesse in Hannover oder so. Das ist, äh, meine Meinung zu dem Thema gewesen, aber, naja, ihr, ihr habt es wahrscheinlich jetzt weniger verfolgt, so haben wir ja in der Pre-Show schon besprochen. Also, ich hab gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein, ich hatte gedacht, da kommt irgendwie mehr, ich hab aber nirgendwo irgendwie groß was darüber mitbekommen. Ja, gut, Playstation halt hast du ja vielleicht, aber, ja. Gut, das war jetzt auch nix, was direkt unmittelbar über die Gamescom passiert ist, ähm. Irgendwie, weiß ich nicht, es war halt nix, ich find's ein bisschen schade, ich hab auch, ja, wir hatten ja auch dann, ich hatte's ja mitbekommen, was ihr, ähm, der Eintag-Talk, wo ich dabei war, gesprochen hattet, dass man irgendwelche Keys bekommen könnte, oder so, irgendwie, es ist, ich hab extra effektiv gar nix mitbekommen, find's auch schade. Ja. Wie du auch schon gesagt hast, in dieser, in dieser, äh, Einleitung, ich überlege da, dieser komische Auftakt, wo dann irgendwelche Hanseln aus der Politik sprechen, die Ego-Shooter gerade mal buchstabieren können, ähm, dann, weiß ich nicht, das ist, äh, ist halt alles, ist halt alles sehr austauschbar, deswegen, da reicht's vollkommen, wenn man das irgendwie, wie du schon sagst, in einem, in so einem Format macht, weil, da hast du jetzt auch nicht mit viel verloren, und ich kann mir jetzt auch nicht erinnern, dass da irgendwie viele Gamer sich das damals angeschaut haben, sondern das war eigentlich nur irgendwelche Pressevertreter, die halt da ein paar, paar Schnittbilder gemacht haben und ein paar O-Töne, und das war's dann eigentlich auch schon, also von daher kommt es austauschbar eigentlich. Das ist halt für die, äh, was weiß ich, wenn, wenn NTV dann so einen kurzen Schnipsel sendet von der, von der Gamescom, da wird halt der Messechef kurz interviewt, dann kommt vielleicht noch die, äh, die, äh, Oberbürgermeisterin, die Reka zu Wort oder vielleicht dann noch der Laschet als, äh, Ministerpräsident und dann ist halt Ende, ne, und, und, äh, dann werden so ein paar Schnipsel zusammengecuttet oder das kommt dann halt, das ist dann das, was in der Tagesschau kommt und dann werden noch ein paar Schnittbilder gemacht von der Messe an sich, wenn dann die Leute reinlaufen, reinrennen, bei RTL kommen dann noch ein paar ungewaschene, dicke Gamer, die dann da noch mit gezeigt werden. Ach nee, warte, das war die Moderatorin. Und, und dann, ähm, dann ist halt Ende und das ist halt so ein bisschen, ein bisschen schade, ähm, dass da nichts gekommen ist und auch dieses Thema, ähm, es wurde ja auch, das war ja auch so in der, in der Eröffnung war dann die Rede von, äh, lasst uns, also vom Messechef, lasst uns diese Messe auf die nächste Generation der Messe bringen, digital und so alles, wo ich mir gedacht hab, ja, ihr hättet die Chance gehabt, aber ihr habt sie eigentlich nicht wahrgenommen, ihr habt, ich will nicht von versemmelt reden, weil sie haben's ja gar nicht erst versucht, es ist ja gar nichts schiefgegangen und das ist halt einfach, es war nichts Überraschendes, es war nichts Spannendes, es hätte so viele Möglichkeiten, man hätte so viele Möglichkeiten gehabt, äh, die Leute vom Hocker zu reißen und da war ja, dahingehend war ja wirklich, ähm, Wacken, äh, war ja dagegen wirklich, äh, revolutionär und, und super innovativ gegen die Gamescom, äh, weil, weil, und, und das haben die innerhalb von ein paar Wochen ganz schnell zusammengeklöppelt, die Gamescom hatte ein bisschen länger Zeit und hat sich da länger Gedanken gemacht und die haben auch vor allem, äh, mehr Mittel, um da was zusammenzustellen und das fand ich halt auch schade, dass von den ganz Großen da nichts kam, überhaupt nichts kam, äh, was mir noch einfällt, Thema Community, äh, da möchte ich natürlich noch erwähnen, äh, es stimmt nicht ganz, dass gar nichts stattfand, es gab noch einen Stream von unseren geschätzten YouTube- Kollegen von, äh, Nordrhein-TV, vom Ansgar, der war bei irgendeinem Entwicklerstudio vor Ort, bei denen in den Büros und hat dort irgendwas, äh, gestreamt in den Büros mit Entwicklern zusammen und so, ich hab den Stream jetzt selber nicht gesehen aus Zeitgründen, der soll aber wohl ganz gut gewesen sein und es soll wohl auch, äh, auch das, äh, Feedback, was, äh, der Ansgar über Facebook geschrieben hat, war wohl auch von seiner Seite, dass er das super angenehm empfand, als, als, äh, ja, er hört's auch nicht gern, aber als Influencer und YouTuber, dass er dann halt, äh, dort war und, äh, fand es ganz, ganz gut und hat sich auch bei den Leuten bedankt, dass das halt sehr professionell und alles war, aber dieses Thema oder diese Geschichte hätte ich mir halt von der Messe selbst gewünscht und dass man da halt irgendwas veranstaltet, ähm, und vielleicht dann halt auch, äh, interaktiv irgendwie die Community, die Zuschauer, die Besucher der Messe da irgendwie dran teilhaben hätte lassen können, ähm, aber das hat halt leider nicht so ganz stattgefunden, äh, auch das Thema, ich, ich weiß nicht, äh, Georg, verfolgst du eigentlich noch die Rocket Beans, so wie früher? Äh, ich verfolg sie noch, aber nicht mehr so intensiv, also. Die waren doch auch, oder hab ich da was übersehen, auch nicht wirklich eingebunden bei der Game.com. Doch, die waren mit eingebunden, also die hatten halt Livestreams halt, äh, wo sie halt dann, wo es zum Beispiel mit Hand of Blood haben sie zusammen was gehabt, aber. Ah ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mehr hatten, ich glaub aber schon. Also sie hatten schon direkt zur Game.com nochmal ein extra Stream. Okay, ja, aber man hätte, genau, aber sie haben das auf ihren Channel versendet und jetzt nicht unbedingt, äh, das hat ja auch die, ähm, GameStar, der glaub ich auch einen eigenen Stream irgendwie gehabt zur, zur Messe. Ähm, aber das hätte man halt auch, das hätte ich erwartet, dass es von der Messe selbst kommt und man hätte sich da ja auch, ähm, Leute, Moderatoren und, und, äh, man hätte sich bei denen ja auch bedienen können und hätte da irgendwie was, eine Kooperation machen können. Ich glaub auch die, die Leute, die Jungs von Pete Smith, da wären es sicherlich auch, wäre der ein oder andere dabei gewesen, die haben ja früher auch schon für Gamescom, äh, TV öfters mal was gemacht, äh, da hätten die ja auch irgendwas mitmachen können. Also es hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, von offizieller Stelle was zu machen, ähm, und das fand ich einfach schade. Das ist halt irgendwie versäumt worden, ähm, dass das natürlich dann im Rahmen von diesen, ich meine, es sind, mal ehrlich, das sind Unternehmen, von diesen Unternehmen, von diesen Medienunternehmen, wie eben jetzt Rocket Beans oder auch von, äh, von der GameStar, äh, dass da halt was passiert. Das war ja irgendwie klar, dass die irgendwas liefern. Die können ja nicht sagen, wow, juckt uns nicht, Gamescom, was ist das? Läuft dieses Jahr nicht. Ähm, ja, schwierig. Naja, gut. Ähm, ähm, da möchte ich aber noch was anmerken. Äh, darfst du natürlich, gerne. Weil, äh, das, das war eben auch durch Rocket Beans, durch Game2 die Sendung, die haben mich auf was aufmerksam gemacht, was eigentlich auch eine ziemlich coole Idee war. Da gibt's nämlich den Indie-Mega-Boof, das ist halt normalerweise, äh, ein Ausstellungsort auf der Gamescom, wo halt die ganzen Indie-Spiele zu sehen sind. Und die haben das dieses Jahr so gemacht, dass sie da quasi so eine virtuelle Messe gemacht haben. Das ist, äh, da konnten sich dann die Spieleentwickler dann für einen von, ich glaub, 500 Plätzen oder so bewerben. Und die konnten dann ihren Stand selber dann in diesen, äh, Spiel, nenn's jetzt mal, ähm, gestalten. Und ... Also so ein bisschen wie Second Life, nur halt für ... Genau. Äh, Messe. Halt so ein bisschen so ein Pixel-Grafik und so weiter. Aber du hattest halt, wie gesagt, so eine virtuelle Messe, wo du rumgehen konntest. Durchlaufen, ja. Wo du auch dann, du hast dann irgendwelche Trailer gesehen, du hast dann irgendwelche Links gehabt, wo du auf Demos auf Steam kommst. Also, ja. Das war schon sehr interessant an sich, das Konzept. Und das ... Das hätte ich eher als virtuelle Messe verstanden, wenn ich ehrlich bin. Wenn jemand von, wie der Chef von einer Messe von, wir revolutionieren, wir bringen die Messe ins Internet. So was hätte ich dann erwartet. Ja, also, da und vor allem, was mein Problem war, ich hab das, äh, über Gamescom Now, also über das Medienportal der Gamescom, bin ich da auch ... äh, bin ich da überhaupt nicht aufmerksam drauf geworden. Also, es hat erst Game 2 gebraucht, damit ich erst merke, oh, es gibt so was über die Gamescom. Ja, genau. Aber das ist halt, ähm, sowas hätte es halt generell, offiziell von der Messe geben müssen, aus meiner Sicht. Äh, die hätten da die Server bereitstellen müssen und dann hätte man da irgendwie Standfläche, virtuelle Standfläche irgendwie geben müssen, ähm, wo man dann da reinkommt irgendwie und, äh, ja. Also, wir haben ja, oder es gibt ja, äh, viele Entwicklerstudios und ich glaube, es wäre nicht das Problem gewesen, eines mit so einer Art virtuellen Messe, die dann mit einer, mit einer wirklich guten Grafik auch, also nicht wie bei Wacken, sondern mit einer guten Grafik, ähm, dann designt wird, dass man da halt wirklich das Gefühl hat, dass man durch eine virtuelle Messe ... Also, wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo sowas technisch möglich ist. Man muss es halt einfach nur machen und ich glaube halt, da wollte man einfach sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und irgendwas ausprobieren, wo man dann vielleicht am Ende Angst haben muss, dass man ein paar tausend Euro oder vielleicht eine Million oder so versenkt hat. Äh, und das fand ich halt, war halt schade, weil, ähm, das hätte eigentlich ganz gut getan, wenn man da wirklich mal was Experimentelles macht und da wirklich mal Geld in die Hand nimmt, aber gut. Ne, sowas gab's auch mal, äh, von irgendeiner Businessmesse. Da hatte ich mal irgendwie eine, eine E-Mail, äh, im Postfach. Da ging's um irgendeine Digitalisierungsmesse und die haben genau das gemacht. Die haben sich irgendeine Gaming-Engine, ich weiß nicht mehr, welche das war, die haben sie sich genommen und haben da so eine virtuelle, so eine, so eine virtuelle Expo veranstaltet, irgendwo auf einem virtuellen Messegelände und du konntest dann halt auch, äh, über Video-Chat mit Kundenberatern, also ich meine, klar, das war Businessmesse, ne, da ist es ein bisschen anders als auf der Gamescom, aber du konntest dann halt auch mit Leuten am Stand dann über Video-Calls sprechen, du konntest dir dann auch am Stand irgendwelche Ausstellungen, so, 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 so schwarze Bretter und so oder auch Trailer, wie du sagst, oder Videos, äh, am Stand angucken, also es war eine richtige virtuelle Messe und sowas hätte man sich auch bei der Gamescom vorstellen können, plus halt interaktive Elemente, klar ist eine Gaming-Messe, dass man dann halt entweder auf einen Streaming-Dienst weitergeleitet wird, wo mir das Game dann gestreamt wird, wenn es so geheim ist, dass man nicht mal die DLLs auf dem Rechner haben darf oder halt dann eben, ich kann mir einen, äh, Test-Key oder irgendwas rauslassen und kann dann das Spiel bei mir direkt testen, je nachdem, wie es halt der, äh, Publisher gerne hätte, ähm, das hätte ich mir gut vorstellen können, aber es ist halt alles nicht passiert, bis auf bei den Indie-Geschichten, ähm, was halt schade ist, weil es halt wirklich auch wieder untergegangen ist unter dem ganzen Wust, auch mit diesen Gamescom Now, alles gut gemeint, äh, aber irgendwie, ja, war es jetzt nicht so der Oberbringer und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder eine normale Gamescom haben. Oh ja, also, nicht. Aber da sehe ich momentan noch schwarz, also ich bin da wenig optimistisch, ob das bis nächsten Sommer wieder, vielleicht nächsten Herbst oder so, aber ich bin da ziemlich, ziemlich pessimistisch. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ich meine, ich möchte auch aktuell kein Politiker sein, wie denn so eine Exit-Strategie dann aussehen soll, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt nächste Woche einen Impfstoff, was ja utopisch ist, nächste Woche schon einen zu haben oder die nächsten zwei Monate. Ja, aber nehmen wir es einfach mal an. Genau, äh, wie willst du dann da vorgehen? Dann musst du erst mal diesen Impfstoff, erstes Mal ist der wahrscheinlich sau unsicher und kein Mensch würde sich den freiwillig, da schließe ich mich mit ein, obwohl ich alles andere als ein Corona-Leugner bin, aber ich habe halt einfach Angst um meine Gesundheit und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir das Zeug wahrscheinlich erst mal nicht spritzen lassen, so und dann muss es halt erst mal Leute geben, die das machen, dann wartet man da ab, dann warten viele Leute ab, in der Zeit infizieren sich weiterhin Leute, so und dann, wenn wir dann mal bis nächstes Jahr gucken, dann muss ja irgendwie sichergestellt werden, dass auf der Messe sich nur Leute befinden, die auch entweder geimpft sind oder sich irgendwie schützen, wo wir wieder beim Thema Maske wären, was bei den Menschenmassen unmöglich ist, äh, was eigentlich nicht geht. Also es ist immer noch ein Rätsel und ich, ich, äh, ich habe ja Konzerttickets für April nächsten Jahres, Parkway Drive, ich kann mir noch nicht vor, ich sehe mich da aktuell noch nicht irgendwo vor einer Bühne stehen, äh, in einer Halle in München, ähm, mit ein paar tausend anderen Fans, kann ich mir das nicht vorstellen aktuell. Das ist einfach noch zu weit weg für mich, aber gut. Wir werden sehen. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Thema, hat auch indirekt was mit der Gamescom auch zu tun. Ähm, nächstes Jahr ganz klar, wenn die Gamescom wieder normal stattfindet oder wenn sie stattfindet, ich gehe mal schwer davon aus, dass wir auch wieder dabei sind. Ähm, das gleiche gilt natürlich auch für die Itza, die ja dieses Jahr auch, äh, digital stattfindet. Ja, ähm, Gamescom Reloaded, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, falls ihr uns auf YouTube abonniert habt, falls ihr unseren Social Medias folgt, was natürlich sehr wichtig ist, dass ihr das macht, also macht das mal bitte, ähm, dann verpasst ihr auch nichts. Ähm, ja, da haben wir Gamescom Reloaded, äh, rausgehauen. Gamescom Reloaded war eigentlich so angelegt oder ist auch so angelegt, ähm, äh, dass wir so ein bisschen die, die, ja, Highlights, die Schmankerl der letzten sieben Jahre, ich bin ganz erschrocken, dass wir seit sieben Jahren auf diese Messe gehen, ähm, die haben wir ein bisschen rausgecuttet und, äh, dann neu hochgeladen auf den, äh, ja, ehemaligen Tech-Kanal, der jetzt der Kurs-of-You-YouTube-Channel ist und, ähm, also falls ihr da noch nicht reingeguckt habt, äh, Gamescom Reloaded.kurs-of-you.com, da kommt ihr direkt auf die Playlist und könnt euch da, äh, die letzten sieben Jahre, die Highlights der letzten sieben Jahre angucken, wenn der Podcast jetzt am Montag online geht, äh, dann ist auch die letzte Folge online, dann haben wir 14 Tage, ja, 14 Videos waren es, glaube ich, also, oder fast 14, also auf jeden Fall genug zum Angucken, ähm, manches ist auch überarbeitet, also das ist nochmal, das sind ein paar Schnittfehler draußen, bisschen Musik getauscht, ein paar Sachen noch korrigiert und so weiter, ähm, es sind ganz lustige Sachen dabei, David und ich, äh, damals vor sieben Jahren, wo wir da auf der Gamescom unterwegs waren oder der, äh, geschätzte Kollege, der Kunner, der da auch mit dabei war, es sind schon witzige Sachen dabei, auf jeden Fall, ähm, was man sich da angucken kann, ähm, und ich hab auch durch das Schneiden jetzt von den Videos oder bearbeiten und so weiter, da hatten wir jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Geschichte von damals und, ähm, ich hab mir da eigentlich ehrlich gesagt wieder eine alte Messe zurückgewünscht, ich war da irgendwie so ein bisschen nostalgisch, wie ich mir die Videos dann durch den Schnitt teilweise komplett angucken musste, ähm, wo ich dann gedacht habe, Mensch, ach, waren das noch Zeiten, wo wir, wo wir da auf einer Messe rumlaufen konnten, das ist irgendwie, vermisst man es dann doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, also Gamescom Reloaded, könnt ihr euch gerne mal angucken, da so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, ähm, sind ganz lustige Sachen dabei, ähm, meine persönlichen Highlights, naja, ähm, zum einen natürlich einmal die Geschichte, äh, Video Day fand ich damals, war eine, war eine schicke Geschichte, ähm, auch rückblickend, muss ich ganz ehrlich sagen, 2013, der beste Video Day, den es jemals gab, jetzt gibt's die ja nicht mehr, aber ich bin ehrlich gesagt wirklich dankbar, dass wir uns damals durchgesetzt haben, äh, David und ich. Das stimmt, ja. Und gesagt haben, wir gehen da jetzt hin. Direkt vorne in den Pressegraben, das war schon ein Wort auch dann. Genau, und auch gegenüber unseren anderen Kollegen noch, äh, ich will jetzt keine Namen droppen, aber da war, nicht der Kunner, äh, da war noch jemand mit dabei, der war alles andere als begeistert, auch nicht der Georg, äh, und auch nicht der Felix, ähm, ja, bleiben wir nicht mehr viel, ähm, der gesagt hat, ja, äh, kein Bock und so, müssen wir denn da unbedingt hin, äh, im Nachgang betrachtet, aus vielerlei Hinsicht war der Video Day in dem Fall schon interessant. Das war eigentlich eins der Highlights in diesen ganzen, ja, also in der ganzen Woche, wo wir sowieso da waren, fand ich mit, weil da halt wirklich Action geboten war und ich meine, die Aufnahmen von da, ich finde auch den Schnitt, den du ja damals, äh, gemacht hattest mit dem Song auch damals, das hat mir so getaugt, ich schaue mir das heute immer noch ganz gerne an. Das war schon einer der geilsten Tage, muss ich sagen. Ja, ne, auf jeden Fall gab es ja damals auch noch so richtige YouTube-Größen wie White Titty und so. Ja, das war ja auch der letzte große Auftritt von denen, oder? Stars, aber ja, schon, doch, wobei, ne, die waren, glaube ich, auf den anderen Video Days auch, äh, und was halt jetzt auch interessant ist, ist dieses Hintergrundwissen, äh, wo zum Beispiel jetzt auch der Felix von der Laden so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, ähm, wo man dann mitgekriegt hat, dass er eigentlich zu zweit mit zwei anderen Praktikanten den ganzen Video Day organisiert hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das mitgekriegt hab, hab ich mir so gedacht, alter Respekt, also, äh, wenn ich das damals schon gewusst hätte, ähm, wusste natürlich damals kein Mensch. Wir haben uns über viele Sachen dann natürlich auch aufgeregt, äh, teilweise natürlich auch zu Recht, ähm, aber wenn man dann mal überlegt, dass drei Praktikanten den ganzen Video Day organisiert haben, dann ist das schon eine organisatorische Meisterleistung. Und der ist ja dann auch von Jahr zu Jahr immer schlechter geworden, von der Organisation, von der Show her und so weiter. Und der von der Laden ist ja auch so, äh, so ein, ähm, perfektionistischer Mensch und das spiegelt sich da auch so ein bisschen mit. Wer übrigens da auch noch mit dabei ist, äh, was man auch offiziell droppen darf, den Namen, das ist der, ähm, Felix Michels, der bekannt ist als Tomatolix, vielleicht kennt ihr den auch, äh, auf YouTube, ähm, der macht da öfters mal so Selbstexperimente mittlerweile und so. Und der war damals auch Praktikant gewesen bei den Video Days und dann noch jemand, ähm, der uns damals die Akkreditierung abgenommen hat, die Presseakkreditierung. Oliver, den Nachnamen sage ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, der ist mittlerweile nicht mehr in der Öffentlichkeit, äh, ob man den droppen darf, aber die drei waren damals da eben mit dabei und haben den ganzen Laden da organisiert und halt der Christoph Krachten, klar, aber ja, es war schon, war schon ein Highlight. Ich möchte jetzt, ich hab da jetzt schon wieder viel zu viel erzählt, aber wenn es euch interessiert, guckt euch das mal an. Es ist auf jeden Fall interessant, weil, wie gesagt, die Qualität ist dann immer schlechter geworden. Es gab dann eigentlich auch keine YouTuber-Treffen mehr in dem Sinne, was ich auch so ein bisschen schade fand. Es gab ja dann auch noch so eine Academy, die da mit lief und so weiter. Also, es war halt einfach nicht nur, hier winken ein paar Leute in die Kamera und da gibt's Autogramme, sondern man hat halt wirklich versucht, äh, dem Ganzen gerecht zu werden, was Unterhaltendes zu bieten, ähm, und das ist auch eigentlich bis auf ein paar Abstriche ganz gut gelungen. Und diese Abstriche, wie gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet, erklärbar, wenn drei Leute das organisieren, äh, die, der Vonderladen, der ist, wie alt ist der jetzt? Der ist, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre jünger als ich, also, ich glaube, Baujahr 94 oder so ist der. Der war damals, äh, ja, der war gerade aus der Schule raus und im Studium und hat damals ein Praktikum bei Mediakraft gemacht und der hat es dann halt damit organisiert. Ja, macht einfach mal den Video-Day. Ähm, also, ja, das ist halt schon irgendwie ein bisschen absurd. Aber wer sich da im Detail dafür interessiert, da gibt's ein paar inoffizielle Geschichten, die ich so mitbekommen hab und es gibt, offiziell gibt's den, äh, Podcast, äh, den Backstage-Podcast, so heißt der, auf dem Kanal vom Felix Vonderladen, aka Dena, ähm, den kann ich da gut empfehlen und da gibt's ein Interview, das hat er mit einem Issi gemacht und Issi ist einer, auch ein YouTuber, der auch bei Mediakraft damals war und da haben die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was da in dem Netzwerk abging und so weiter, wie der Video-Day zustande gekommen ist, also, wer sich dafür interessiert, kann ich nur empfehlen, ist ganz interessant, plus die Sachen, die man halt so mal erfährt von Leuten, die in dem Bereich arbeiten, äh, von anderen YouTubern, die ich natürlich hier auch nicht alle droppen kann und deswegen hab ich auch den Namen jetzt von dem anderen, äh, nicht erwähnt. Gut, dann, ähm, was aber erwähnenswert ist, ist die PlayStation 5. Richtig, genau, der eine hat uns vielleicht mitbekommen, die PlayStation 5 ist, äh, ja, veröffentlicht worden, offiziell und, äh, es gibt zwei verschiedene, äh, Versionen, jetzt zum Anfang rauskommen, einmal die PlayStation 5 Digital Edition und einmal die PlayStation 5 mit einem Laufwerk, also der Unterschied ist einfach, die Digital Edition hat kein CD, DVD, Blu-Ray, whatever Laufwerk mehr, kostet 100 Euro weniger, also wir reden hier bei, äh, der Digital Edition von 399 Euro und bei der Laufwerksedition von 499 Euro, äh, äh, ja, rein, rein technisch sind sie, äh, beide gleich auf, da ändert sich sonst nichts und, äh, ja, die Idee ist halt eben mit der Digital Edition, dass man die Spiele natürlich dann nur noch rein digital kaufen kann. Der ein oder andere, ähm, Sammler, Spielsammler-Fan, wie auch ein Kollege von mir, der wird sich natürlich die Laufwerksedition holen, weil der halt gerne die ganzen Disks im, äh, im Schrank verstauben hat und, äh, ja, der eine ist so, der andere so. Was aber noch viel interessanter als eigentlich ist, ähm, die soll ja zum 19. November 2020 dann auch released werden und Vorbestellungen sind natürlich schon losgegangen. Ja, sagen wir mal so, das hat nicht so ganz gut geklappt, also irgendwie Amazon, Mediamarkt, Saturn und sämtliche Online-Händler sind vom Ansturm völlig überrollt worden. PlayStation 5 ist bundesweit ausverkauft, ähm, die ganzen Vorbestellungen alles durch, da gab es auch ziemlich viel Trubel. Ich habe es in einigen Gruppen gelesen, dass Leute natürlich ziemlich angepisst waren und weil halt einfach nicht genug, äh, ja, Playstations, ich sag mal, auf Lager waren oder halt vorbestellbar waren und, ähm, da hat der ein oder andere wohl schon kalte Füße bekommen. Äh, ich habe jetzt hier gerade nochmal gesehen, also, äh, bei GameStop sollen wohl demnächst mal wieder welche kommen, aber sämtliche Händler, die es gibt, sind komplett ausverkauft, sei es Digital Edition oder Laufwerk Edition. Das Zubehör ist aber noch bestellbar. Ja, also spaßige Geschichte. Auf jeden Fall ist dann noch eine kleine Entschuldigung von Sony rausgekommen, die haben sich entschuldigt für dieses Vorbesteller-Chaos und, äh, haben auch versprochen, mehr Konsolen nachzulegen und wohl auch die, äh, naja, ich sag mal, die Produktion anzukurbeln, dass da noch ein bisschen was hinterherkommt. Äh, sie haben selber gemeint, ja, lass uns ehrlich sein, die PS5-Vorbestellungen hätten reibungslos laufen sollen. Dafür entschuldigen wir uns aufrichtig, ähm, und in den nächsten Tagen werden mehr Konsolen zur Verfügung gestellt und an die Händler werden Details weitergegeben. So viel bleibt abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und, ähm, interessanterweise ist ja dann auch gleichzeitig jetzt, glaube ich, die neue Xbox, äh, gedroppt, wobei ich sagen muss, dass da, naja, für meinen Kenntnisstand nicht so viel Trubel drumherum war. Playstation hat natürlich auch mit den Exklusiv-Titeln ziemlich geile, äh, Sachen noch rausgebracht, ähm, und bringen die mit raus mit der neuen Playstation. Ich glaube, das ist für viele ein Kaufargument, ähm, und deswegen, ja. Ja. Obwohl jetzt anscheinend die Xbox sich auch ein bisschen, äh, beliebter gemacht hat, gerade durch diesen, äh, Game Pass, glaube ich, nennt sich das. Ja. Der jetzt auch mit EA zusammenarbeitet. Und, also, für 12 Euro so über 100 Spiele zu haben, die sich auch, also der Großteil dann auch aktualisiert, also, da kommen dann immer neue Titel mit dazu, ist eigentlich schon ein gutes Angebot. Wobei du das natürlich bei Playstation auch schon hast. Ja, also, das System geht's ja genau da auch so. Also, klar, das ist ein Argument natürlich. Vor allem, weil es ja in dem Fall, kannst du ja die Spiele auch am PC spielen, glaube ich. Die ganzen Minecraft und Microsoft Store. Wobei du dieses Playstation Now hast und natürlich auch bei, bei Playstation schon, aber, ja. Es ist halt gestreamt, Playstation Now ist gestreamt und, äh, du hast ja auch das Thema noch, dass die, zumindest war das mal so, dass die noch nicht die höchsten Auflösungen fahren können. Das stimmt, ja. Da gab's auch immer wieder Kritik, ähm, ja. Ja, bleibt auszuwarten. Ich bin mal gespannt, äh, Interesse hätte ich schon, aber ich bestell mir sowieso nie vor, weil die ersten Chargen haben meistens irgendeinen Fehler und die Leute kotzen dann im Strahl, dann warte ich lieber, bis die, die Ausgereiften rauskommen und sie ein bisschen billiger werden. Von daher. Ja, und ich, ich warte drauf, dass mich mal wieder eine Konsole dazu bewegt, dass ich sie kaufe. Ja, die Titel, die rauskommen und so, sind schon, bin ich schon begeistert. Also, Demon's Souls Remastered und so. Ja, gut, das Ding ist halt einfach, wenn du, wenn du so schon immer gucken musst, zeitmäßig, das ist ja bei mir das größte Problem und, äh, dann, äh, ja, schwierig. Dann hab ich wahrscheinlich, äh, mehr Spaß, wenn ich am PC dann irgendwie, ähm, zocke und, ähm, eine Konsole würde bei mir sich echt nicht lohnen. Früher gab's ja immer noch das Argument, ja, Blu-Ray-Player oder so, ist halt mittlerweile auch eigentlich hinfällig, interessiert keine Sau. Außer die wirklichen Heimkino-Fetischisten, die haben eh dann Blu-Ray-Player und der Witz ist, bei der Playstation 4 war's ja auch schon so, dass die ja keine UHD-Blu-Rays wiedergeben können und das ist ja dann eigentlich eh schon Quark. Also, von daher. Ja, also, ich denk mal, das wird sich auch bald erledigt haben. Also, beim, beim Filmmarkt, also, ich geb dem jetzt keine fünf Jahre mehr, also, bis es überhaupt keine DVD mehr gibt. Blu-Ray, könnte ich mir vorstellen, noch ein bisschen länger. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich dauerhaft, äh, ja, dass es da noch was auf dem Markt geben wird. Bei Musik sehe ich das anders, da ist auch die Community vielleicht doch noch mal ein bisschen anders, ähm, dass die Leute was haben wollen, aber da ist halt eher der Vinyl-Markt wieder im, im Kommen, ähm, ist halt auch sehr speziell. Das sind halt dann die Nerds, die, die dann die Vinyl sammeln und sagen, Mensch, das klingt doch alles viel besser. Das stimmt. Mag sein. Ja, gut. Dann, äh, würde ich sagen, gehe ich mal gleich weiter zum nächsten Thema, äh, Dinge, die wahrscheinlich auch nicht so schnell vorbei sind, äh, Thema Corona, ähm, der, ein ganz netter Kommentar zu den Corona-Gästelisten, den ich auf Heise gelesen habe, den wollte ich ja auch nochmal mit anbringen. Wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, auch, ähm, mit dem Thema, manche führen ja diese, diese Gästelisten, ähm, in Restaurants digital, manche auf Papier, äh, einheitliche Datenhaltung gibt es dazu ja irgendwie nicht und sind ja, glaube ich, auch schon welche gehackt oder geleakt worden. Ja, und, ähm, neuer Fall, der jetzt hier im Raum von, äh, Rosenheim passiert ist, ähm, da hat die Polizei einfach nach einem Raubüberfall sich mal sämtliche Besucher der Restaurants, der umliegenden Restaurants, äh, über diese Listen gekrallt und die einfach mal ausfindig macht und kontaktiert. Ähm, da sieht man auch mal wieder, da wird natürlich viel versprochen und dann, äh, die Listen werden natürlich nur für Infektionsketten nach Verfolgung verwendet und dann irgendwie kommt dann doch wer um die Ecke und, äh, kann sich da mal die Listen rauslassen und, äh, die da für andere Zwecke nutzen. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ja, klar, irgendwie ein Schwerverbrecher da draußen frei rumläuft, aber irgendwie, äh, geht's mir zumindest so, dann, dann setzt man ein gewisses Vertrauen da rein und, äh, wünscht sich natürlich auch schon, dass das dann so funktioniert und dass die Daten auch nur dafür verwendet werden, aber wo Daten halt anfallen und wo Daten gespeichert werden, da werden sie natürlich auch für andere Zwecke verwendet und das ist hier mal wieder, ja genau, ist mir wieder ganz schön gezeigt worden. Das finde ich schon, äh, mal wieder erschreckend. Naja, man hätte es halt vorher kommunizieren müssen, dass da auch die Polizei darauf zugreifen kann, weil so ist es halt aus heiteren Himmel, so, wie gesagt, wie der David schon angemerkt hat, da wird einem gesagt, nee, da können, das wird bloß so nach, äh, also, Corona-Nachverfolgung oder so, Infektionsweg und dann ist es klar, dass dann die Bürger ein bisschen pisst sind, wenn es dann doch für andere Zwecke verwendet wird. Es ist halt auch wieder Wasser auf den Mühlen der Leute, die halt sagen, hier, äh, unser Staat muss abgeschafft werden und so weiter und so fort. Diese ganz speziellen Leute, die warten ja nur auf solche Sachen, dass sie sagen, ja, wir haben keinen Rechtsstaat, wir haben eine Diktatur, seht ihr doch hier, was mit den Corona-Listen passiert und so weiter. Das ist halt, es ist wieder Futter für diese Leute, die nutzen das natürlich, äh, ganz schwierig und denke ich auch, wenn es vorher angekündigt gewesen wäre, äh, dass sie sagen, Mensch, also wenn dann die Polizei hat da schon Möglichkeit, oder wenn man das halt über einen Beschluss oder irgendwas, dass man sagt, okay, jetzt für, wenn jemand einen Kaugummi klaut, äh, dann ist jetzt kein so, dann, dann hat der Polizist kein Recht, aber bei einem Banküberfall, bei einer Körperverletzung oder irgendwas, bei, äh, größeren Delikten, äh, dass man da trotzdem drauf zugreifen darf. Ja. Und das hätte klar kommuniziert werden müssen, ähm, ist mal wieder blöd gelaufen, wie so oft in Deutschland. Na, ich finde, ich finde den Schlusssatz eigentlich ganz passend, ähm, den hier der Redakteur dazu gegeben hat, Datenschutz sollte mit genauso klaren und scharfen sanktionierten Regeln durchgesetzt werden, wie jeder andere Paragraph in unserer Rechtsordnung auch. Das ist, äh, ist halt leider auch ein Punkt, ja. Wenn du den, äh, wenn, wehe, du als Unternehmer hast irgendwie mal was mit Steuern gemacht oder du hast, äh, oder du hast irgendwie datenschutzmäßig, warst du moralisch flexibel, dann Gnade dir Gott, aber wenn's dann der Staat selber macht, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Und das kann's halt auch nicht sein. Ja, das ist halt so das Fähnchen im Winde und das ist, äh, ich find's, äh, ein ganz ähnliches Beispiel, was er noch mit angebracht hatte. Im Jahr 2017 wurden in San Diego smarte Straßenlaternen installiert, die quasi mit Kameras und Sensoren, ähm, Daten liefern sollten und zwar offiziell, um Bürgern bei der Suche nach Parkplätzen zu helfen oder ruhige Joggingrunden zu finden. Und, ähm, ja, bis heute ist da irgendwie nichts passiert, aber interessanterweise hat man die Daten halt genutzt, um Mord, Vergewaltigungen, Entführungen oder auch Vandalismus nachzugehen. Ähm, aber es ist halt überhaupt nicht definiert, wofür die Daten abgegriffen werden oder nur ganz vage. Das ist halt, äh, mal wieder so ein, und wie gesagt, das ist halt auch wieder nur, äh, Wasser in die Mühlen der Verrückten, die sowieso schon aktuell sehr viel Probleme machen. Futter haben, ja. Ja, das ist halt, Datenschutz ist halt auch keine Einbahnstraße, das muss halt auch vom Staat eigentlich gelebt werden, aber das hat man ja auch bei der DSGVO, da verweise ich mal auf den Podcast mit Felix, äh, zwei Stunden DSGVO, äh, da, äh, war ja auch das Thema eben, dass zum Beispiel Behörden teilweise rausgenommen werden bei, äh, solchen Geschichten und das darf es eigentlich nicht sein, äh, wenn du dann als Unternehmer, sag ich mal, deine Existenz verlieren kannst, aber bei Behörden, da rollen dann nicht mal die Köpfe, wenn da irgendjemand Scheiße baut auf ganz großem Niveau. Ja. Gut, Hammer, glaube ich, das ganz gut, äh, beschrieben. Ja, Scheiße ist auch woanders gerollt, äh, nämlich beim, beim, im wahrsten Sinne des Wortes, beim YouTuber iCrymax, ähm, wer den nicht kennt, ihr habt nichts verpasst, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil das halt schon, äh, ich fand's schon, äh, krass und, ähm, der Typ, also ich, ich kannte ihn jetzt auch nicht weiter, der macht irgendwie Fortnite und, äh, ist ein Gaming-YouTuber, scheint auch jetzt nicht gerade klein zu sein, ist ausgerechnet halt auch bei den etwas kleineren, äh, oder jüngeren Zuhörern in Deutschland, äh, wahrscheinlich sehr beliebt, ähm, und der macht jetzt auch nicht so einen ganz verpeilten Eindruck, zumindest in dem Video nicht, äh, wir hatten schon mal über den berichtet, glaube ich, weil, der war schon mal in den Schlagzeilen, äh, weil er ein Verfahren wegen dem Straßenrennen an der Backe hatte, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, äh, der soll nämlich mit seinem AMG da durch Köln geheizt sein. Mal, und dann ist der beschlagnahmt worden und so weiter und so fort. Äh, kann auch sein, dass ich's mir eingebildet hab und ich das irgendwo anders in den Podcast gehört hab, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, der Typ ist überfallen worden, der war im Urlaub und hat dann auch natürlich noch auf Instagram gepostet, äh, hey, ich bin jetzt hier auf dem Heimweg und so weiter und wir sind jetzt hier in Köln-Bonn gelandet am Flughafen und jetzt geht's nach Hause. Ähm, und ja, der kam, äh, an, hat das Auto in die Tiefgarage gestellt bei seinem Wohnhaus. Ja, und dann ist, ähm, ist er nicht mehr in, also er hatte so einen, so einen Durchgang, das hat er da auch beschrieben, ähm, und dann wurde die Tür zugehalten, wie seine Freundin praktisch die Tür aufmachen wollte, ins Wohnhaus rein. Ja, und dann, ähm, hat sie sich umgedreht und dann hat sie aber schon ein Messer im Rücken gehabt, also am Rücken gehalten, nicht drin. Nicht, dass das jetzt missverstanden wird, da ist niemand verletzt worden bei der Geschichte, Gott sei Dank. Aber auf jeden Fall waren dann eben zwei Typen, die maskiert waren und die haben dann halt auch gleich ihn aufgefordert, was ich halt ein bisschen krass finde, dass der mit so einer Rolex da rumläuft, mit ein paar tausend Euro wert und, ähm, dann nochmal mit einer Rolex irgendwie, äh, mit Diamanten besetzt, die dann in seiner Tasche noch war. Die haben die beide mitgenommen, was natürlich auch dafür spricht, dass die genau wussten, wer, wen sie da überfallen und wo das ist und so weiter. Also es könnten entweder Zuschauer gewesen sein oder Leute, die gezielt irgendwelche Influencer, äh, ja, auf Instagram und Co, äh, beobachten und halt dann sehen, okay, die waren in Urlaub und so weiter. Auf jeden Fall waren die halt in seiner Bude, ähm, ja, und er hat jetzt auch ein, eine Art Kopfgeld ausgesetzt, also eine private Belohnung, also 10.000 Euro. Wie sagt der, ähm, Zerne immer bei Aktenzeichen hier, äh, die zur Ergreifung der Täter ausgesetzt wurde, von ihm selber. Ähm, ganz interessante Geschichte, deswegen wollte ich das hier auch mal erwähnt haben. Äh, da sieht man auch mal wieder, wenn Leute sagen, hier mit, mit, ähm, YouTube und so weiter, äh, kann man kein Geld verdienen. Ja, doch, wenn man es geschickt anlegt, äh, und geschickt, ähm, arbeitet, dann kann man das machen. In der Pre-Show habe ich auch schon mit Georg besprochen, äh, Montana Black lässt sich jetzt für 200.000 Euro ein Gamingzimmer bauen, also, ich meine, ja, warum nicht? Ich meine, wenn du die Kohle hast, äh, ganz ehrlich, ich meine, da bin ich wieder der elitäre Steffen, der, äh, dann sagt, ja, warum nicht, wenn jemand die Kohle hat, äh, ist es vielleicht auch nicht schlecht, die Kohle auszugeben, weil letztendlich kommt es auch den anderen Leuten zugute, bei denen dann das Geld ausgegeben wird, ähm, und wenn das halt dann irgendeine Handwerksfirma aus dem Ort ist, die dann da das Gamingzimmer hinbaut, warum denn nicht? Äh, in dem Fall war es halt wahrscheinlich eher der Uhrenhändler im Ort, der dann eine Rolex für ein paar tausend Euro, ich glaube, äh, insgesamt im Thumbnail ist irgendwas von 70.000 Euro, ich, ich glaube, das, äh, schon, ist schon fett gewesen. Von wobei ich mich frage sowas, also, ich glaube zumindest, dass solche, solche Technologen bestimmt auch nachverfolgbar sind, die haben ja auch Seriennummern und alles. Gut, dass du es ansprichst. Also, das muss ja wahrscheinlich jeden, wenn man in den Schmerzmarkt läuft oder so. Gut, dass du es ansprichst, er hat auch die Seriennummer, ähm, über die Polizei veröffentlicht. Das heißt also, wenn jemand, sehr unwahrscheinlich, aber falls uns ein Schmuckhändler oder irgendwas zuhört, die kann man da auch nachgucken. Also, man kann da auch nachvollziehen, ob das seine Uhr ist. Interessant ist auch, ich meine, ich bin absolut nicht in dem Game von solchen Uhren. Gar kein Fall. Auch wenn es vielleicht manche Zuhörer mir zutrauen würden, wenn ich da mal lese, der elitäre Steffen. Ähm, nee, aber es ist absolut nicht, äh, meine Welt und die Kohle habe ich auch gar nicht. Äh, aber es gibt scheinbar dafür Zertifikate, ähm, die du da bekommst, ähm, wenn du dir so eine Rolex kaufst. Und, äh, wenn jetzt jemand auf dem Schwarzmarkt so ein Ding verhökert, dann hat er natürlich dieses Zertifikat auch nicht. Das ist so ein bisschen auch wie mit Tesla und so weiter. Deswegen lohnt es sich ja auch nicht, für jemanden Tesla zu klauen, weil im Prinzip ist der wertlos. Oder ein iPhone, das hat sich ja auch, äh, ist mittlerweile eigentlich auch wertlos. Wenn man das vergleicht vor 30, 30 Jahren, oh Gottes Willen, vor 10 Jahren, mit dem, vor 10 Jahren, mit den, mit den Smartphones vor 10 Jahren, ähm, vergleicht, oder mit den Handys vor 10 Jahren vergleicht, da, da konntest du natürlich, wenn du irgendjemandem ein Handy abgezogen hast, dann hattest du das Gerät und dann konntest du damit was machen, wenn du die SIM-Karte rausgehauen hast und so weiter. Äh, ist mittlerweile halt eigentlich zwecklos, äh, wenn du ein iPhone klaust und derjenige, dem das Teil gehört, ersperrt das Ding, dann kannst du das auch mit keiner anderen SIM-Karte und mit nix mehr in Betrieb nehmen, ähm, und, ja, deswegen interessant, da gibt's ein Zertifikat, darauf wollte ich hinaus, äh, und dieses Zertifikat hat er halt noch, das wurde ihm nicht geklaut, was halt nicht gerade dafür spricht, dass derjenige sich damit auskennt, ähm, auf der anderen Seite muss man sich halt auch fragen, what the fuck, warum fahre ich als YouTuber, äh, in Urlaub und hab Uhren im Wert von 70.000 Euro dabei und, also, schwierig. Da hab ich, äh, zitiere ich mal Montana Black, die können mich ruhig überfallen, ich hab eh nur Plastikschmuck dran, weil die ganzen teuren Uhren sind Wertanlagen und die liegen im Bankschließfach, in mehreren Banken, das hat er nämlich mal, das hat er nämlich mal in einem Video gesagt und das fand ich eigentlich auch einen ganz coolen Ansatz, weil er gesagt hat, er, er hat da irgendwelche türkische, äh, aus Antalya irgendwelche Fake, äh, Rolex-Uhren zu Hause, die er dann auch trägt, wenn er unterwegs ist und, äh, alles andere ist dann auf der Bank, weil das halt seine Wertanlage ist, äh, ist intelligenter, glaub ich, als iCrymax das macht. Ja, vor allem, leg dir mal, wenn du so eine teure Rolex trägst und dann, ey, haust du die irgendwo an, ey, da wirst du ja dein Leben nicht mehr glücklich, wenn du 70.000 Euro irgendwo anballerst, also ehrlich, das ist, ja, außer, außer Geld spielt keine Rolex. Ja, aber was mich wundert, du sagst, der hat der eine an seinen Armen und der andere in der Tasche, wer hat denn zwei Uhren dabei? Der, hallo, der ist am Flexen, der im Bus einsteigt. Ja, für jedes Outfit, weißt du, weißt du, Walla, wenn du dann mit mehreren Outfits und so unterwegs bist, dann musst du hier derbe flexen, wenn du da im, am Pool oder die gehört seiner Freundin, er hat sie getragen, weil sie so schwer ist, der ganze Klunker wiegt ja, weißt du, was? Naja, du wirst von den Einbrechen flexen. Nimm gleich zwei, Brudi. Ja, Brudi, ey, die ist viel mehr wert hier, die, guck mal, hier ist sogar mit Diamanten besetzt. Ja, weiß, ich, das ist, ne, weiß, ich, das ist, ne, weiß, ich, das ist, ne, weiß, dann quasi raubt er den erst mal die von Arm und dann so, ey, du, du bist schon doof, also in meiner Tasche ist auch noch eine. Ups. Ja. Ne, das, das Ding ist ja, ich hab den Typen ja am Anfang, ähm, für, für wirklich ein bisschen dämlich, äh, kam der, also, was ich so immer über ihn gehört hab, auch das mit dem Rennen und so weiter, aber, äh, in dem Video, das ist schon eher eines der Seriöseren und, und man merkt schon, der ist ja nicht ganz blöd und alles, ähm, und der hat sich scheinbar da mal ein paar Uhren gegönnt, es ist nicht so, dass der wöchentlich welche sich gönnt, es ist vielleicht auch eine andere Welt, äh, der hat halt eher so einen höheren Lifestyle, der zeigt halt, was er hat, ähm, es ist, es ist halt nicht so unsere Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, also, selbst wenn ich's hätte, würde ich's wahrscheinlich ein paar Servern flexen. Ja, dafür haben wir die geileren Server, ne, ähm, und den dickeren Uplink, ähm, ja, es ist, es ist, nee, es, wie gesagt, ich fand's halt mal interessant, dass sowas jetzt passiert ist, er warnt ja auch seine, seine Influencer-Kollegen, ähm, der ist halt sehr in diesem Fortnite-Game, da sieht man auch mal, dass da ordentlich Geld generiert werden kann und scheinbar lebt da auch ganz gut davon, ähm, ja, wobei man muss, man darf keine Illusionen haben, auch Leute, die, äh, also große YouTuber, die, äh, relativ normal in Anführungsstrichen leben, ähm, jetzt hau ich hier mal was raus, äh, also, wenn man jetzt so mal sich Influencer in Deutschland anguckt auf YouTube, die, sag ich mal so, ein, zwei Millionen Abonnenten haben und wenn die ein, ein Product Placement oder so einen Deal machen, äh, mit einem Unternehmen, dann gehen die ganz selten, wirklich ganz selten unter einen sechsstelligen Betrag daraus aus der Nummer. Das ist eine Information, die ich aus, äh, aus Marketingkreisen habe, die eben für Unternehmen solche Deals klar machen mit YouTubern und da gehen die, also wenn jetzt jemand für Red Bull oder für, also es gibt auch noch andere Energydrinks, das ist halt sehr beliebt, Energydrinks, ähm, bei den YouTubern, bei, gerade bei den Gaming-YouTubern oder diese Gamebooster. Und bei den Fitnessinfluencern halt die ganzen, äh, ne, Supplementhersteller. Ja, genau. Und dann gehen die ganz selten, wenn die in dieser Größenordnung sind, gehen die ganz selten, äh, unterhalb von 100.000 Euro aus dieser ganzen Nummer raus. Ähm, so ein Simon Unge, so ein, so ein Ungespielt, wenn der oder ein Gronk, wenn der irgendwie ein Placement macht, dann ist das auf jeden Fall so angeordnet in der Größenordnung von 100.000 bis 200.000 Euro. Ähm, und das ist halt wirklich schon extrem. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man, der scheint ja auch sehr viel Wert auf Mode und so weiter zu legen, dass man dann auch mal sagt, ach komm, jetzt gönne ich mir mal so eine Rolex. Die passt auch gut zu meinem T-Shirt. Warum denn nicht? Die passt gut zu meiner Jogginghose. Es ist schwierig. Ja, es ist, es ist schon ein bisschen eine andere Welt. Ich, es ist echt schwierig, aber, ähm, man darf halt da keine Illusionen haben, dass da, äh, selbst ein, ein YouTuber, der um die 100.000 Abonnenten hat, der zieht, äh, Placements an, an, äh, Land von, äh, Wert von so 10.000 bis 15.000 Euro ganz normal für ein Video. Also, das ist einfach mittlerweile der Preis, den die Werbeindustrie für solche Placements einfach zahlt. Und das ist halt völlig egal, ob der Gaming macht oder wie du gerade gesagt hast, Fitness, das sind halt die Preise, die aktuell dafür gezahlt werden, weil die Leute halt einfach so eine hohe Reputation haben und, äh, die ganzen Hersteller, die wissen ganz genau, äh, wenn ich, äh, so jemandem ein Placement gebe, ich hab 100% so und so viele Abschlüsse, ähm, das ist einfach so. Weil ich merk's ja selbst bei uns, wir sind ja keine Influencer, ich hör das Wort auch sehr ungern im Zusammenhang mit uns, weil wir ja auch recherchieren und jetzt nicht unbedingt einfach nur irgendwelche, äh, Sachen wiedergeben, die uns irgendwelche Firmen in den Mund legen, aber auch bei uns, wenn man so mal mitkriegt, wenn man mit Zuhörern oder Zuschauern schreibt, kommt selten vor, aber mit denen ich schon mal geschrieben hab, da waren auch Leute dabei, die gemeint haben, ey, ich hab mir jetzt das und das geholt, weil du das da erwähnt hast. Wo ich mir dann denk, oh, oh, krass, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dann merkt man auch mal, welche Verantwortung man eigentlich hat. Wenn man hier irgendwas positiv erwähnt, äh, dass dann durchaus Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben, ähm, das kann gut sein, ähm, wenn man sehr viel schnell Geld machen möchte, es kann aber auch schlecht sein, wenn man, sag ich mal, äh, mal was Blödes raushaut und, äh, da ist man natürlich dann auch ein bisschen aufmerksamer und überlegt sich dann, äh, zehnmal, ob man, äh, was empfiehlt. Zum Beispiel, das, da kann ich jetzt natürlich keine großen Details nennen, ähm, aber wir hatten ja auch mal eine kleine Kooperation mit, äh, HP Instant Ink und selbst bei unserer kleinen Reichweite gab es einige Abschlüsse auf Instant Ink. So, wo ich nie gedacht hätte, wo ich am Anfang, ich bin an HP herangetreten, äh, und, ähm, das sind jetzt zwar schon ein bisschen interner, aber ich erzähl jetzt keine Details, aber ich hab die einfach angeschrieben und hab gedacht, hey, komm, das wird nix. Mit unserer Reichweite, das wird nix. Ich mein, der Podcast wird im Audio-Stream zwar ziemlich gut gehört für meine Verhältnisse, für unsere Verhältnisse hier, ähm, aber wir sind noch weit vom, sag ich mal, äh, fünf- oder sechsstelligen Bereich entfernt. So, ähm, aber die haben gesagt, hey, warum nicht, machen wir, und das ist für die ja auch kein großes Ding, dann haben wir eben vor, ich glaub, vor einem halben Jahr oder so, haben wir dann diesen Code gedroppt, hier könnt ihr Geld sparen und könnt ihr Instant Ink, ich hab davor ja auch überzeugt selber Instant Ink benutzt und benutzt es auch immer noch, ähm, ja, aber auf jeden Fall haben wir das dann rausgehauen und da gab's Abschlüsse und es gibt immer noch Abschlüsse da drauf und, äh, das hätte ich nicht gedacht und dann sieht man mal, welche Verantwortung man als, äh, YouTuber und Influencer hat. Aber das nur mal so am Rande, ähm, ja, deswegen würde ich sagen, schließen wir das Thema mal ab, äh, bevor ich jetzt hier noch irgendwelche Infos rausballer, die ich nicht rausballern darf, ähm, aber das wollte ich nur mal, also so transparent, will ich einfach zu euch sein, äh, ich bin auch so transparent, dass ich sage, es waren jetzt keine Unsummen, äh, die wir da jetzt bekommen haben, ähm, das ist noch nicht mal kostendeckend gewesen, aber wir sind ja auch noch nicht in der Liga, es ging mir jetzt einfach mal um das Thema Vertrauensverhältnis, Zuhörer, Zuschauer, ähm, und wie teilweise halt, äh, die Leute dann auch, ähm, ja, auf solche, ähm, Scharlatane reinfallen können, weil sie da eben sehr schnell auf irgendwelche Meinungen vertrauen und das weiß natürlich auch die, die Werbeindustrie, ganz klare Sache, die sind ja auch nicht gut. Ja, ich hab's ja genug Beispiele, wo auch offen und ehrlich, vielleicht kennt ja einer oder anderen Kanal ja, ähm, so Sachen aufgedeckt haben mit diesen Fake-Airports oder auch mit diesem Team-Trees und so, wo die Leute so gutgläubig sind und da echt ein paar, mehrere Tausende, Hunderttausende Euro dann zusammenkommen und am Ende ist es dann irgendwie, ja, total der Hoax. Genau, also das, äh, vielleicht nur jetzt so am Rande mal und auch das Thema Transparenz, ich, wir haben das schon öfters mal so am Rande besprochen und, ähm, ich, ich versuche auch möglichst immer das Ganze transparent zu halten, weil ich würde uns jetzt schon so mit einer der seriöseren, äh, YouTuber in Deutschland einkalkulieren oder Medienschaffenden, drücken wir es mal allgemeiner aus, weil wir ja alles Mögliche machen irgendwie und jetzt nicht nur auf YouTube stattfinden, ähm, und dass wir halt versuchen, möglichst seriös das Ganze zu machen und auch transparent, äh, und wir bewegen uns halt auch hauptsächlich natürlich in der, in der Blase, sag ich mal, äh, wo viele, ähm, ja, Medienschaffende sind, die halt auch ähnlich transparent damit umgehen, ähm, und das ist auch was, sag ich mal, das will ich auch, auch sollten wir jetzt wachsen, was natürlich auch das Ziel ist von unserem Projekt hier, dass wir die Reichweite erhöhen, äh, aber ich möchte natürlich so eine gewisse Transparenz immer bewahren und vor allem auch bei solchen Placements und bei solchen Geschichten, äh, auf gar keinen Fall irgendwie mich bezahlen lassen für irgendwelche Meinungen oder so und, ähm, ja, das ist natürlich klar, jetzt ist es leicht dahergesagt, ganz klare Sache, ähm, aber ihr könnt euch auf jeden Fall drauf berufen, jetzt habe ich es hier öffentlich gesagt, äh, wenn, wenn da irgendwas mal schief läuft, äh, das, äh, da könnt ihr uns auf jeden Fall dann dafür, ähm, ziemlich ans Bein pinkeln und sagen, hier, was, was macht ihr da für einen Mist, ähm, weil wir versuchen da schon sehr transparent mit umzugehen und, äh, ich finde, äh, oder unser Kanal ist halt auch so, dass wir halt schon sehr unser Gesicht bewahren wollen und nicht denken, ach komm, was stört mich denn mein Geschwätz von gestern und, oder solche Geschichten wie, ist der Ruf erst ruiniert, äh, dass es sowas halt hier gar nicht erst gibt. Gut, ähm, ja, ist der Ruf erst ruiniert, äh, das trifft beim nächsten nicht zu, da ist der Ruf eigentlich relativ gut und da geht's auch um, um Privacy, um Datenschutz, äh, nämlich um Streamer, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal empfohlen, so, jetzt haben wir den Bogen, ähm, da gibt's Neuigkeiten, gell, Georg? Genau, nämlich Streamer wird Open Source. Die haben sich, die haben sich jetzt nämlich, äh, oder besser gesagt, ein deutsch-schweizerisches, ein Investmentgesellschaft namens Affinium Management AG, ähm, die sind jetzt mit eingeschrieben bei Streamer und jetzt haben sie quasi zusammen, äh, verkündet, dass es alles Open Source wird. Und das, die Strategie dahinter ist, dass man jetzt quasi über diesen europäischen Bereich oder, ja, Bereich noch hinaus wachsen will. Genau, also Streamer ist ja ein, ein Schweizer Unternehmen immer gewesen und, ähm, ist ja auch so ein, so ein, ähm, Messenger-Dienst, der, ähm, für sich beansprucht, ähm, wirklich Datenschutz sehr ernst zu nehmen. Im Vergleich zu, äh, WhatsApp überträgt er ja keine Telefonnummern, wenn man das nicht unbedingt möchte. Und, ähm, man kann auch einfach mit irgendwelchen anonymisierten IDs arbeiten. Äh, die Daten, die werden so verschlüsselt, äh, also, dass auch der Anbieter nicht draufkommt auf dem Server. Ähm, das sind ja alle so Faktoren, die da mit reinspielen. Und das Einzige, was halt Streamer immer noch gefehlt hat, ist Open Source mäßig, dass die da unterwegs sind, weil, ist natürlich von vielen Linux-Menschen, äh, Hallo David, sehr kritisiert worden, dass sie gesagt haben, hey, ähm, warum ist das Ding nicht Open Source, was, warum kann ich in den Quellcode nicht reingucken, ähm, ist es vielleicht doch nicht so, ähm, ja, so sicher und so weiter. Aber Streamer hat halt auch immer mit irgendwelchen Audits dagegen gehalten und haben gesagt, hey, wir haben uns hier auditieren lassen, ähm, was natürlich keine schlechte Idee ist, sich auditieren zu lassen von unabhängigen, ähm, Spezialisten. Ähm, aber das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, wenn dann die Open Source Community dann sagt, hier, das passt alles. Und, äh, ich meine, Google ist auch auditiert oder Facebook mit sich, naja, Facebook nicht, aber Google ist auch auditiert, weil die ja mit ihrer Google Cloud, ähm, ja auch Dienste anbieten und Hosting und so weiter, ähm, wo man halt auch so ein bisschen Schwierigkeiten haben könnte, eventuell mit dem Datenschutz. Naja, aber interessant, gucken wir mal, wie es weitergeht, ähm, Streamer hat jetzt auch seit neuesten Videotelefonie mit im Petto, fand ich auch ganz interessant, äh, habe ich jetzt aber noch nicht getestet, ähm, funktional teilweise gefühlt. Manche Sachen sind jetzt noch nicht so der Burner, bin ich ganz ehrlich, aber es funktioniert. Und wenn jetzt jemand sagt, Hauptsache sicher und Hauptsache Privacy und so, dann ist Streamer definitiv mal einen Blick wert, ähm, weil es halt nicht ganz, äh, scheiße auch aussieht und, äh, programmiert ist, muss man ganz ehrlich mal sagen. Gut, ähm, von Streamer, äh, ja, und einem Unternehmen, das auf Datenschutz, der liegt, zu genau dem Gegenteil, nämlich Amazon, ähm, nein, habe ich nicht gesagt, ähm, weil Amazon hat ja gute Anwälte, deswegen nehme ich das zurück, das ist alles Satire gerade gewesen, ähm, nein, es geht um das Amazon Drive, da haben wir schon mal, boah, das ist schon ein paar Folgen her, ich glaube sogar eine der ersten Tech-Talk-Folgen haben wir uns mal drüber unterhalten, warum wir dieses Ding überhaupt nicht mehr einsetzen wollen, warum es nicht so dolle läuft und so weiter, ähm, ähm, und jetzt hat man so den Eindruck, dass es sich immer mehr abschafft. Es gab am Anfang ja diese Unlimited-Tarife, dass man halt wirklich unbegrenzten Speicherplatz hatte, wurde alles immer mit der Zeit immer mehr eingeschränkt und bis es dann halt gar nicht mehr vorhanden war und jetzt will Amazon zum 1. November 2020 auch den Zugriff von Synology NAS-Systemen, äh, auf, äh, ja, auf das Drive verbieten und, äh, bei Synology gab es halt eben eine Schnittstelle, mit der man dann einfach sein Backup da reinladen konnte, ähm, war halt einfach ganz praktisch, weil dann hatte man günstiges Datengrab und konnte seine NAS da, äh, Disaster Recover, äh, oder Disaster Backup machen für ein Disaster Recovery. Ähm, also das ist schon eigentlich sehr, ähm, praktisch gewesen. Allerdings, ähm, wird das dann nicht mehr möglich sein und, ähm, ja, der Zugriff über, ähm, Synology Cloud Sync und Hyper Backup, äh, wird dann nicht mehr möglich sein. Ja, gucken wir mal, wie lang es diesen Dienst noch gibt. Ich habe so den Eindruck, Amazon möchte gar nicht, dass die Leute das benutzen. Das ist, äh, ist mir echt schleierhaft, wer da wirklich noch was benutzt. Ähm, es sind so viele Funktionen da nicht vorhanden, auch die Zusammenarbeit mit anderen Leuten ist nicht so tolle. Äh, die Web-GUI, die ist eine Katastrophe und so weiter. Also es sind so viele Sachen, die einfach beim Amazon Drive absolut schlecht sind. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand irgendwann mal anrührt, aber gut. Ja, was die Leute jetzt aber anrühren könnten, ist nämlich ihren Router und den gegen ein individuelles Routermodell umtauschen. Ja, zum Glück. Äh, ich meine, der eine oder andere weiß das ja schon seit 2016, 1. August 2016, wurde der Routerzwang per Gesetz abgeschafft. Das heißt, äh, dass die, ähm, wie soll ich sagen, der Netzabschlusspunkt ist in dem Fall die Dose bei dir oder bei euch daheim in der Wand und eben nicht der Router. Das hat natürlich viele, äh, Internetanbieter unter anderem auch Vodafone eben, äh, oder auch damals das Kabelnetzbetreiber, Kabel Deutschland, natürlich nicht so geschmeckt, weil die dadurch natürlich die detaillierten Zugangsdaten freigeben müssen, das, äh, damit man eben zum Beispiel ein anderes Routermodell nutzen kann. Und, ähm, inzwischen ist es jetzt auch so, dass nach über vier Jahren eine Projektgruppe der Bundesnetzagentur festgelegt hat, dass auch bei Fiber to the Home-Verbindungen die Dose in der Wand der Netzabschlusspunkt ist. Und, ähm, demnach ist der Router, äh, die Routerfreiheit jetzt eigentlich mehr oder weniger eindeutig. Also sowohl bei normalen als auch bei Glasfaseranschlüssen. Das hat jetzt vier Jahre lang gedauert, weil, äh, Vodafone seine eigene Definition da mal wieder durchsetzen wollte und so die Routerfreiheit kippen wollte. Und, ähm, hat aber wohl nicht so geklappt. Und ich denke, es ist auch eine sehr, sehr gute Sache, dass es so durchgegangen ist. Ich, wir können nur hoffen, dass es auch so bleibt, dass sie dann nicht wieder irgendeine spitzfindige Aktion, äh, hintenrum reinschieben. Aber ich denke, dass es war auf jeden Fall auch nötig, dass da auch nochmal ganz klare Grenzen gesetzt werden. Ja. Ja, ich bin sowieso der Meinung, dass, äh, man mittlerweile eigentlich, ist jetzt wirklich eine sehr, sehr spezielle Meinung. Aber, dass man, äh, im Jahre 2020 eigentlich mittlerweile einfach nur noch ein Kabel ins Haus bekommt über so einen HIP, so nennt sich das ja in Fachkreisen, der Hausübergabe.hyp, ähm, dass man da dann einfach nur noch seinen Rechner oder Router oder Firewall, was man möchte, anschließt, bekommt eine IP-Adresse und ist online. Das ist eigentlich ein Traum, den ich so habe. Ich weiß, dass das völlig utopisch ist, weil die ganzen Anbieter natürlich irgendeinen Käse da, äh, mitverkaufen wollen. Aber, ähm, jemand, der halt mehr mit seinem Anschluss machen möchte oder selbst bestimmen möchte, der, ähm, der will einfach nur Internet bekommen. Also, zum Beispiel bei mir, ich brauche ja noch nicht mal Festnetz. Ich brauche einfach eine Internetflat. Und da hätte ich am besten die Möglichkeit zu wählen zwischen einer festen IP-Adresse, mit der ich machen kann, was, was ich möchte. Oder dann halt eben auch einer dynamischen, wenn ich sage, okay, brauche ich nicht, will ich nicht. Dann habe ich eine dynamische IP. Und einfach nur eine Möglichkeit, mich da über Ethernet anzuschließen, dahinter eine Firewall zu klatschen oder wenn ich keinen Bock habe auf sowas, eine Fritzbox. Und dann kann ich damit machen, was ich will. Und, ja, Telefonie bekomme ich über irgendeinen SIP-Provider, SIP-Gate, Easybell, wie sie alle heißen. Und kann dann das da drauf installieren und, und, äh, einrichten. Und bin aber unabhängig von dem Anschluss. Äh, und hab dann einfach meinen Voice-of-IP-Anbieter, der mir das Telefon dann bereitstellt. Das wäre so mein, mein Traum. Aber ich weiß, das ist ein bisschen utopisch. Und das wird wahrscheinlich auch in Deutschland nicht passieren. Ähm, weil ich glaube, du hast ja auch Anrecht irgendwie auf ein Festnetz. Und deswegen dürften die Anbieter auch gar nicht sagen, hey, du kriegst hier reines Internet ohne Telefonie. Sondern die müssen dir, glaube ich, immer Telefonie auch mit bereitstellen. Außer bei irgendwelchen Business-Anschlüssen. Äh, aber, ja, das ist halt in Deutschland aktuell. Ist, ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber, ja. Wenn ich mir wieder anschauen, als Kollegen, der jetzt seit Wochen kein Internet hat, weil Vodafone zwei verschiedene Hersteller von ihren eigenen Routern quasi betreibt und bei dem einen seit über drei Monaten eine bekannte Software, äh, bekannte Software-Problem quasi es unmöglich macht, überhaupt ins Internet zu kommen. Ja, da denkst du dir dann auch an dafür Zeit. Und dann haben sie ihm angeboten, er könne ja eine Fritzbox bekommen gegen Aufpreis. Dann würde sein Internet ja funktionieren. Das Problem wäre gelöst. Also, wenn du so eine Antwort bekommst, dann, äh, ja, danke für gar nichts. Ja, das ist also Deutschland und Breitband. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in anderen Ländern genauso schlimm ist. Also, ich weiß es nicht. Aber gut, vielleicht ist es auch nur Jammern auf hohem Niveau. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Gut, wer auch gejammert hat, das waren die Bürger in Brandenburg, äh, nachdem bekannt wurde, dass Tesla sich da hinpflanzen möchte. Ähm, mittlerweile, also jetzt in unserer Sommerpause, war auch Elon Musk dann auch mal in, äh, Brandenburg unterwegs. Und, ähm, ganz interessant, das Thema, ähm, wir hatten ja schon mal über den, über das Tesla-Kit, äh, berichtet hier in dem Podcast. Das ist ja ein, ein sehr junger YouTuber, ähm, wenn man es so nennen kann, der, ähm, ja, der von dem Werksbau, ähm, Videos auf YouTube hochlädt mit einer Drohne. Der ist 14 und, ähm, das, der hat jetzt dort seine Chance genutzt und, ähm, Silas heißt er und hat Elon Musk persönlich getroffen, endlich mal und hat ihn dann auch um Praktikumsplatz, äh, gebeten und, Überraschung, was soll ich sagen, er hat ihn bekommen. Also, er hat jetzt bei, äh, der, ähm, bei dem Tochterunternehmen oder bei einem anderen Unternehmen von Elon Musk, also bei, äh, heißen die Neuralink? Ja, ja, Neuralink. Neuralink, äh, hat er jetzt einen Praktikumsplatz bekommen und, äh, also ich, das ist schon echt eine, eine coole Geschichte. Ja, Elon Musk macht halt immer Nägel mit Köpfen bei sowas. Ja, der ist da, glaube ich, auch sehr flexibel. Und das war ja auch witzig, weil er hat ja, äh, Elon hat er ja mal gefragt, da war er schon ein bisschen her, äh, über Twitter, ähm, ob er denn Videos von, über, mit einer Drohne von einem Werk machen darf und er hat ihn dann einfach über Twitter, der CEO hat ihm einfach über Twitter geschrieben, ja, mach doch, mach doch einfach, film doch einfach, cool, mach das. Also, er ist schon irgendwie besonders. Ich meine, ich möchte, also Elon Musk ist, glaube ich, so als, äh, als Mensch stelle ich mir schon vor, dass er sehr speziell ist und auch sehr schwierig. Also, als Freund möchte ich den nicht haben, weil ich glaube, das, das geht, glaube ich, nicht lang gut, äh, aber so als Unternehmer und als, äh, ja, als jemand, der was voranbringt. Auf der Welt ist er schon wirklich sehr einzigartig und sehr speziell, ähm, und deswegen gönne ich dem, äh, Silas das auch. Ähm, ich habe mit ihm lustigerweise sogar, äh, über Instagram so ein bisschen Kontakt gehabt, weil er hat mitgekriegt, dass wir im Podcast über ihn geredet haben, weil ich ihn, glaube ich, auch verlinkt habe. Ähm, ja, vielleicht gibt es dann irgendwann mal Infos, äh, von ihm an uns, wenn er das denn darf. Aber mich würde echt mal brennend interessieren, wie so ein Praktikum da abläuft. Also, äh, könnt ihr ja vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Wenn euch das interessiert, dann würde ich mit ihm mal Kontakt aufnehmen. Da kann man vielleicht auch mal ein Interview machen oder kommt mal hier mit in den Podcast mit rein. Also, ich finde es super spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auch so ein bisschen ein Tesla-Fan, muss ich zugeben. Das ist so ein bisschen, ah, ich habe, ich habe mich schon ein bisschen in Tesla verliebt. Das ist schon irgendwie schwierig. Naja, gut. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ansonsten, naja, bei dem Besuch am Tesla-Werk in Grünheide gab es jetzt keine großen, ähm, Überraschungen eigentlich. Ähm, er hat sich das Ganze halt angeguckt. Was noch interessant ist, dass es eine Eisenbahnstrecke geben wird, direkt ans Werk. Das heißt, Mitarbeiter könnten dann halt, äh, ja, entweder mit dem Elektroauto oder halt eben auch per Zug direkt ans Werk ranfahren. Also, es ist auch nicht schlecht. Ähm, ist auch cool durchdacht von ihm, dass er halt sagt, okay, äh, wer denn kein Individualverkehr haben möchte, der kann dann gerne mal, äh, direkt mit dem Zug dann da hinfahren. Ähm, finde ich eine schöne Geschichte. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, das kann ja auch sein, dass zum Beispiel Ingenieure bei Tesla arbeiten, die eigentlich in Berlin direkt wohnen. Ähm, natürlich werden die entweder Homeoffice machen können, aber die müssen natürlich auch mal vor Ort kommen und dann ist sowas recht praktisch, wenn man da direkt mit dem Zug dann dahin kommt. Ja, ganz interessante Geschichte. Warten wir mal ab und, ähm, wenn das Werk fertig ist, ähm, was natürlich der Oberburner wäre für mich, äh, wenn wir mit Kurs of You da mal vorbeikommen könnten. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen utopisch, außer man, man, äh, trifft Elon Musk irgendwo persönlich und er sagt, hey, können wir mal hier vorbeikommen? Und er sagt, klar, macht doch. Ihr seid YouTuber. Warum fragt ihr eigentlich? Frag doch einfach mal auf Twitter. Ja, genau, einfach mal auf Twitter fragen. Ne, also, ähm, es, es bleibt spannend und ich glaube, das ist nicht das Schlechteste, was Deutschland da passieren kann mit, mit, äh, Tesla. Muss man einfach ganz klar was sagen. Sieht zwar leider einfach nicht jeder so, aber, mei. Ja, gut, es gibt immer ein paar Leute, die da, ähm, die auch den Fortschritt behindern wollen und niemand, liebe, liebe, ähm, Motorsportfans und so weiter, niemand möchte euch eure Verbrenner komplett wegnehmen. Davon ist nie die Rede, außer bei den Grünen vielleicht, nie die Rede gewesen. Aber, ähm, es muss ja auch die Möglichkeit geben, dass man sich weiterentwickelt in andere Richtungen und, äh, das, ähm, ist doch ganz normal. Also, das ist doch, warum sollte man das nicht machen? Das ist doch ganz, es wäre schlimm, wenn, wenn die Menschheit sich nicht weiterentwickeln würde. Dann würden wir jetzt noch in der Höhle sitzen und würden uns fragen, ja, welches Mammut essen wir denn morgen? Oder wer, wer geht jetzt jagen, ne? Wer geht jetzt raus und, und, äh, schlägt mit der Keule irgendein Tier nieder, ne? Also, das, ja, so krass muss man das mal sehen. Wenn die Menschheit sich keinen Fortschritt, und das ist das, was ich den Leuten halt auch immer sage, wenn jemand sagt, ja, warum ist denn nicht alles so, wie, wie vor 10 Jahren und vor 20 Jahren war doch alles super. Erstmal stimmt es nicht. Und zweitens mal, äh, sollte man nicht vergessen, dass wir vielleicht uns trotzdem weiterentwickeln müssen einfach, äh, und uns vielleicht auch anpassen müssen gegenüber neuen Einflüssen, äh, sei es der Klimaveränderung oder irgendwelchen anderen Geschichten, wo sich der Mensch einfach anpassen muss. Aber gut. Naja. Egal. Da könnte man jetzt auch ein bisschen philosophisch sein, ob denn so ein primitives Leben denn auch schlimm ist. Also, nach deiner Logik müsste man ja diese, äh, Ureinwohnerstämme, mit denen man bewusst keinen Kontakt hat, müsste man ja eigentlich Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ihr, technologisch seid ihr nicht, äh, auf dem neuesten Stand. Hier, neue Technologie und werdet glücklich. Nein. Ähm, ja. Teilweise. Ja. Das ist jetzt bloß ein bisschen überspitzt. Ich verstehe dich schon, aber. Ja. Ja. Nein, man muss ja, man muss ja sagen, es, es sollte möglich sein, dass neuere Technologie existiert. Was ich nur nicht haben kann, ist, wenn Leute das verhindern wollen, dass sich was weiterentwickelt. Wenn jemand für sich selbst diese Technologie nicht in Anspruch nimmt, wenn jemand sagt, ich will kein Auto fahren, ich fahre lieber mit der Pferdekutsche, dann soll er das bitte auch machen. So, so libertär bin ich. Dass man sagt, okay, dann fahr mit der Pferdekutsche. Ähm, aber man muss aber auch sagen, dass derjenige, der mit der Pferdekutsche fährt, der darf nicht sagen, ich will aber nicht, dass es Tesla gibt. So. Oder ich will aber nicht, dass es Elektromobilität oder, ähm, dass es, ähm, Wasserstoffautos geben wird oder Wasserstoffangetriebene, äh, Fahrzeuge. Ähm, das ist das, was ich kritisiere. Wenn jemand selbst es nicht in Anspruch nimmt und das für sein Leben okay ist, dann kann er damit glücklich werden. Ne, wenn jemand auch sagt, er kommt mit, mit wenig Geld aus, also mit extrem wenig Geld aus und lebt lieber im Wald. Solange er da niemandem schadet, soll er das gerne machen. Aber da sehe ich uns in der Masse halt nicht, ganz ehrlich. Und ich sehe mich da schon gar nicht. Aber es gibt halt Leute, die wollen es für sich beanspruchen und da finde ich, dann sollte es auch möglich sein, dass sie es können, solange sie eben niemand anders damit schaden. So. Und das ist eben der Punkt, äh, und diese Stämme dort, wenn du die fragen würdest, seid ihr glücklich und man könnte sie mit denen unterhalten, dann würden die bestimmt sagen, ja, das passt alles so. Ist doch alles gut. Und, ähm, mit Sicherheit werden die sich auch so ein bisschen intern weiterentwickeln. Zwar nicht so technologisch, weil der Einfluss von außen fehlt. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja, äh, in unserem Zeitalter jetzt, wir haben ja ein krasses Zeitalter, wir haben Einflüsse aus den USA, wir haben, wir haben vorhin über TikTok gesprochen, aus China. Wäre vor 30 Jahren undenkbar, dass eine chinesische, was auch immer, damals gab es ja noch keine Apps, aber ein chinesisches Produkt den deutschen Markt so umkrempelt, in irgendeiner Form, wäre undenkbar gewesen. Porzellan. Ist durch die Globalisierung jetzt einfach möglich. Und, ähm, ja, Porzellan, ja gut, aber. Also es gab schon damals schon Waren, die, äh, von anderen Orten kamen und dann auch dort das Leben, äh, dann verändert haben. Aber die Zyklen sind halt einfach kürzer, weil die Kommunikationswege einfach direkter sind und, ähm, und es gibt halt auch Leute, die dann schneller sagen, wir brauchen das unbedingt. Überlegen mal, wie lange hätte es wohl gebraucht ohne Internet, bis so eine Firma wie Tesla mal in Deutschland ankommt. Auch bei den Leuten mental, dass, dass die sagen, hey, da gibt es so einen Hersteller und so weiter. Das wäre schwierig gewesen. Aber durch die Technologie ist allen Leuten mittlerweile Tesla ein Begriff. Gut, den älteren vielleicht nicht. Aber, ähm, so sag ich mal, alles unter, unterhalb von 60 oder 50 ist auf jeden Fall Tesla ein Begriff. Und die Leute wissen, was das ist, zumindest grob. Und, äh, das ist halt allein durch die Technologie möglich. So muss man das auch mal sehen. Naja, von Technologie kommen wir jetzt mal, äh, zu Left 4 Dead 2. Ja, den totgesagten Leben länger. Denn, äh, das Interessante ist, es wird am 24. September ein neues Update für das Spiel kommen. Was? Es ist zwar nur in Anführungsstrichen ein kleines Community-Update, aber ich meine, das sind, äh, über 20 neue, äh, Survival-Arenen, eine komplette neue Kampagne, neue Melee-Weapons und, ja, ist dann doch ein bisschen ein größeres Update für ein Spiel, das es schon seit über elf Jahren gibt. Auch nicht so häufig sowas, ja. Ja. Gut, äh, ja, wie kommen wir jetzt von, von Untoten zu, äh, zum Bundestag? Naja, in den Bundestag. Dinger, die auch ewig gebraucht haben. Oder Leute, die dort arbeiten, nein, Spaß. Ja, alles nur Satire. Alles nur Satire, genau. Lieber Verfassungsschutz, das ist alles nur Spaß. Ja, genau. Nee, äh, was jetzt nämlich der Bundestag beschlossen hat, ist, dass, äh, man das Recht bekommt auf einen Ladepunkt und Glasfaser. Also auch, wenn man ein Vermieter ist. Da war es nämlich zuvor so, äh, dass, wenn man jetzt, äh, hergegangen ist und gesagt hat, okay, man will jetzt irgendwie mehr Barrierefreiheit oder, ähm, ähm, ja, dass man so einen Ladepunkt eben für ein Elektroauto haben wollte. Also eine Wallbox zum Beispiel, ne? Genau, äh, ganz klassisch. Dann konnte das der Eigentümer verwehren. Aber, das ist jetzt so, wenn man da sagt, okay, ich würde aber die Kosten dafür übernehmen, dann kann das nicht mehr verwehrt werden. Das ist ja auch bei vielen Elektroautobesitzern, gerade in den Großstädten, immer das Thema gewesen, ähm, wo dann, äh, irgendwelche komischen, ja, irgendwelche komischen Vermieter gemeint haben, nee, also Elektromobilität mit mir nicht und ist alles so gefährlich und dann in unserer Garage hier ein Elektroauto mit diesen superduper gefährlichen Batterien. Das ganze Haus kann jederzeit in die Luft fliegen, aber dann eine Gasheizung haben, äh, und solche Geschichten. Und, äh, dass man da halt dann einfach sagen kann, hey, wenn ich die Schose bezahle, dann kannst du machen, was du willst, weil dann kriege ich ja auch eine Wallbox rein und kann dann eben mein Elektroauto, äh, kann ich da problemlos laden. Und, äh, also ich hab durchaus, dadurch, dass ich ja diese ganze Geschichte ein bisschen verfolge, äh, hab ich durchaus in einigen Foren sehr, sehr viele Leute, äh, gelesen, dass die Probleme haben, äh, in der Großstadt irgendwie ihr Elektroauto beim, ja, direkt am Haus zu laden, weil sich halt irgendwelche komischen Vermieter, die halt auch etwas älter sind und vielleicht ein bisschen konservativer denken und so weiter und, und Elektromobilität, alle Scheiße und so weiter, äh, dass die halt sich dagegen wehren oder auch, äh, andere Mieter, die das nicht haben wollen, äh, die dann in der Mietergemeinschaft sowas verhindern wollen, warum auch immer. Da gibt's die abstrusesten, ähm, Vorgänge, die da irgendwie stattgefunden haben. Naja, aber es ist auch gut, dass es dieses Recht auf, äh, Ladepunkte jetzt, wie es da heißt, ähm, dass das jetzt auch endlich mal im Bundestag auch, äh, beschlossen wurde und das ist, glaube ich, auch ein guter Schritt in, um die, die Elektromobilität in die Masse in Deutschland zu bringen einfach, dass diese ganzen Hürden, die jetzt diese Early Adapters, die sich halt am Anfang gleich so ein Teil gekauft haben, äh, dass diese Hürden einfach genommen werden für Leute, die jetzt irgendwann einsteigen werden und es werden ja immer mehr, die dann sagen, hey, mein nächstes Auto ist definitiv kein Verbrenner mehr, sondern ein Elektroauto oder als Zweitwagen oder für, für die Stadt zum Einkaufen oder so weiter. Da macht es natürlich auch Sinn. Gut, ähm, was auch Sinn macht, ist VMWare, VMWare, ähm, die haben dieses Jahr auch wieder eine VMworld, das ist ja die Hausmesse von, äh, VMWare und die findet diesmal, also die VMworld, ähm, USA und Europa, die sind auch dieses Mal, muss man dazu sagen, gemeinsam. Das gab davor immer eine in den USA, ich meine sogar in Vegas, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher und, äh, die von Europa, die war immer in Barcelona einfach. Und, ähm, ja, das findet jetzt alles online statt, auch zusammen und, ähm, da haben die jetzt zum Beispiel auch das neue vSphere 7 vorgestellt, also das ist die Virtualisierungsplattform, ähm, von VMWare, also zum Beispiel mit dem vCenter, wo man dann seine ganzen, ähm, ESX-Hosts oder, ähm, ja, ESX-Hosts, ähm, Hypervisor verwalten kann, ähm, und es gibt jetzt auch neue Werte, zum Beispiel bei den Clustern, ähm, dass man zum Beispiel jetzt, ähm, mit der Version 7 Update 1, dass man dann halt eben Cluster in der Größenordnung von 768 virtuellen CPUs und 24 Terabyte RAM fahren kann, also RAM, kein Festplattenspeicher, ähm, das sind natürlich jetzt schon Größenordnungen, wo man sagen kann, okay, da geht ordentlich was, ähm, auch Hinblick, äh, im Hinblick auf solche Geschichten wie zum Beispiel SAP HANA, ähm, da sind zum Beispiel solche großen Datenbanken Thema, wo halt viel auch im RAM gemacht wird, ähm, und dafür ist natürlich dann auch so eine Umgebung mit VMware optimal und, äh, gerade als Marktführer in dem Bereich müssen die natürlich auch sowas bringen, äh, da habe ich, äh, nichts anderes erwartet, ähm, ja, was, was mich so ein bisschen frustriert seit einigen Jahren bei VMware ist halt einfach, ähm, ähm, das Thema kostenlos, ähm, weil ich halt auch ganz gerne mal so fürs Homelab oder für kleinere Projekte, äh, eigentlich immer ganz gerne mal so den ESXi benutze und so, ähm, dass die da halt seit Jahren eigentlich nichts mehr investieren rein oder keinen Zucker mehr geben, wie ich immer ganz gerne sage und da finde ich echt schade, also warum kann, äh, VMware, die sind ja schon ziemlich groß, warum können die nicht wie andere Hersteller, äh, da einfach mal ein bisschen, äh, den, äh, Kunden, der ja vielleicht sowieso wie ich, äh, der zwar auch kostenpflichtige Projekte realisiert mit, äh, VMware, aber halt auch kleinere Sachen, warum kann man denen einfach nicht ein paar mehr Funktionen, äh, zugestehen, das finde ich immer ein bisschen schade, ähm, aber gut, ist halt so und, ähm, ich bin gespannt, äh, VMworld, ähm, ist eine Messe, die jetzt vom 29. September bis zum 1. Oktober stattfindet, äh, Link findet ihr in den Shownotes, ihr könnt euch da kostenlos registrieren, ähm, und könnt dann da eben dabei sein und, ja, die URL ist eigentlich sehr einfach, wie mworld.com, äh, und da könnt ihr euch dann registrieren, ja, und, äh, ich bin mal gespannt, was da noch so rausfällt, ähm, zum Beispiel ist auch so ein Thema, ähm, in der vSAN-Umgebung, die, die File-Services, die können jetzt auch SMB-Shares auf der, auf der SMB-Basis von Microsoft 2.1 und so weiter ausführen, also das sind schon so ganz interessante Neuigkeiten, wo ich dann wirklich sehr gespannt bin, ähm, aber, äh, nochmal auf dem Hinblick mit der kostenlosen Geschichte, also wenn man sich da Konkurrenzprodukte anguckt, zum Beispiel auch den Hyper-V Core von Microsoft, äh, der gibt natürlich da auch so ein bisschen mehr Zucker, was zum Beispiel, äh, die Live-Migration angeht oder wie Motion, wie es ja bei VMware heißt, äh, die ist da zum Beispiel auch in der kostenlosen Variante möglich, da brauche ich keinen System-Center dazu, ich muss halt einfach nur diesen Hyper-V, äh, Hyper-V lizenzieren, klassisch, und natürlich die VMs drauf, aber, äh, ich muss da jetzt nicht extra irgendwas, äh, lizenzieren, wenn ich den kostenlosen hab, kann ich auch mit dem kostenlosen Core, äh, Hyper-V kann ich dann auch eine Live-Migration machen oder eben eine Replikation, ähm, das kann ich alles mit VMware knicken, das geht mit der kostenlosen Variante, nur mit irgendwelchen, äh, abstrusen ZFS-Hacks, die ich da mit einem Cluster, äh, machen kann und so weiter und dann habe ich auch keine Live-Migration, also es ist auf jeden Fall noch nicht so, ähm, wie das jetzt bei, ähm, Hyper-V ist in der kostenlosen Variante, da könnte VMware schon ein bisschen Zucker geben, äh, vor allem, weil die können's ja auch und die können's ja auch gut, also ich bin seit Jahren wirklich ein, ein großer Freund von dieser Firma und, äh, nutze die ganzen Virtualisierungssachen, weil das können die wirklich gut, die Jungs, die machen das ja schon seit einigen Jahren, äh, und nutze ich wirklich begeistert, aber, äh, da könnten die echt mal ein bisschen noch Gas geben, was die kostenlosen Produkte angeht. Gut. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema, wieder ein sehr brisantes Thema auf jeden Fall, vielleicht, äh, hat's auch der ein oder andere mitbekommen. War es sogar in der Tagesschau. Ja, genau. Also das war jetzt nicht gerade... Die, äh, die Uniklinik in Düsseldorf ist nämlich einem Hackerangriff zu Opfer gefallen. Ähm, das Ganze ist über eine Schwachstelle in, äh, in einer Citrix-VPN-Software, äh, möglich gewesen, die unter dem Namen Shitrix, äh, passt ja vielleicht auch ganz gut hier in dem Fall, ähm, bekannt wurde. Das Problem ist, äh, also die Lücken sind wohl durchaus auch schon länger bekannt. Das Problem ist, äh, wenn die Leute zwar gepatcht haben, aber ich sag mal, die Konfiguration trotzdem nicht passt, wie so oft, dann, äh, ist natürlich trotzdem die Schwachstelle noch offen gewesen. Und, ähm, es gab da halt wohl mehrere Backdoors. Ja, das Problem war hinter der ganzen Aktion, dass, ähm, durch diesen IT-Angriff mehrere Server verschlüsselt worden sind. Ähm, und, äh, die Angreifer hatten es wohl aber eigentlich gar nicht auf das Uniklinikum, ähm, abgesehen, ähm, sondern die Universität wohl selber, wie dann rausgekommen ist. Ähm, ja, was natürlich trotzdem ziemlich scheiße war. Also das Krankenhaus konnte, ähm, ähm, etliche Sachen nicht mehr durchführen. Operationen mussten verschoben werden. Ähm, ähm, die kommende Notfallambulanz, äh, wurde wohl, ich sag mal, runtergefahren. Also da ging nichts mehr. Und tragischerweise, ähm, eine Folge daraus wohl auch, dass eine Patientin, die, ähm, in das Krankenhaus eigentlich gebracht werden sollte, in ein anderes Krankenhaus, ähm, äh, ins Wuppertaler Krankenhaus umgeleitet werden musste und wohl auf der Phase oder dann auch wie auch immer, ähm, ähm, verstorben ist. Verstorben ist, ja. Jetzt gab es dann anfänglich sogar Ermittlungen wegen, was war es, glaube ich, fahrlässiger Tötung. Die sind jetzt dann aber, ähm, ähm, äh, gegenüber dem nordrhein-westfälischen Justizminister, das nordrhein-westfälische Justizminister hat aber bekannt gegeben, dass es dann doch nicht wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, sondern generell nur wegen einem Todesfall. Und, äh, die Polizei hat mit dem, äh, mit der Hackergruppe, die wohl auch dann eine Erpressermail, was auch immer, eben geschickt hat, äh, Kontakt aufgenommen und denen gesagt, hey, Leute, übrigens, ihr habt ein Krankenhaus lahmgelegt und da ist wohl auch jemand dadurch gestorben. Ähm, ja, die haben sich dann, ich sag mal, das klingt jetzt irgendwie scheiße, aber erkenntlich gezeigt und den, äh, Entschlüsselungscode bereitgestellt, damit die Server wieder hergestellt werden können. Ja, wobei so un, äh, also so, so wie es vielleicht für viele, die jetzt in dem Bereich nicht tätig sind, vielleicht komisch klingt, aber das Ganze, es gibt ja auch einen, einen Hacker-Ehrenkodex sozusagen. Und, äh, das war ja auch Thema im Hinblick auf Corona, dass eben, ähm, da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ähm, dass viele, ähm, solche Organisationen bekannt gegeben haben, dass sie Krankenhäuser nicht angreifen werden, ähm, und, ähm, in der Corona-Krise, sondern wenn sie irgendwas angreifen, dann eher, äh, zum Beispiel die Hersteller von Impfstoff oder Pharmaindustrie, weil die haben ja ordentlich Geld. Und deswegen hat es mich jetzt nicht so unbedingt gewundert, dass, ähm, dass die da auch die Entschlüsselungscodes dann wieder rausgegeben haben, ähm, im Prinzip, ähm, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, die wollten ja auch eher, ähm, die Universität treffen. Genau. Und was meine Informationen, die ich noch irgendwo aufgeschnappt habe, äh, war ja, dass in, innerhalb des, ähm, ja, Erpresserschreibens, äh, war eigentlich die Uni, äh, die, die Uni adressiert, die Universität und nicht die Uni-Klinik. Genau. Und da haben die sich halt dann vertan, äh, und ich meine, diese ganzen Rechenzentren, die sind ja nicht gerade klein und unkomplex, diese Strukturen. Und da kann es natürlich sein, wenn zum Beispiel die Universität für die Uni-Klinik irgendwelche Server hostet, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dass die dann auch eine IP-Adresse aus der AS-Nummer von der Universität haben, zum Beispiel. Und dass daher vielleicht der Zusammenhang kam und denen das nicht klar war, den Angreifern, dass es sich in Wirklichkeit um eine Klinik handelt. Auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, ähm, war halt jetzt ein tragischer, ähm, Tod einer Frau. Klar, man muss sagen, man weiß nicht, vielleicht wäre sie halt dann, ähm, später gestorben. Man weiß nicht, was sie hatte. Und ich bin kein Arzt, ich kann das nicht beurteilen. Man kann nur sagen, dass sie halt umgeleitet wurde. Und natürlich erst später der, sag ich mal, erweiterten medizinischen Behandlungen zugeführt werden konnte, als wie wenn sie jetzt direkt eingeliefert worden wäre, äh, in das Klinikum in Wüsseldorf. Ja, Fakt ist aber auf jeden Fall so oder so, ist eine, äh, Sicherheitslücke von 2019 dafür verantwortlich, was wieder einmal zeigt, wie wichtig es ist, äh, ja, aktuell zu bleiben und sich um, äh, das Patchen von Systemen zu kümmern. Und, ähm, ja, im Endeffekt, äh, vielleicht noch für die, die nicht wissen, worum es überhaupt, da geht dieses Citrix VPN-Systems eben dafür gedacht, dass Mitarbeiter von außen, ähm, Netzwerkzugriff ins interne Netzwerk bekommen können. Ja, ist natürlich ziemlich blöd, wenn da immer noch irgendwelche alten Sicherheitslücken offen sind. Ist für Homeoffice halt äußerst beliebt. Genau. Aber das ist... Und es war auch, glaube ich, 2019 in den Schlagzeilen. Ja, es war auf jeden Fall größer. Mit Sicherheit haben wir diesen Podcast auch verhandelt. Also der, der, der Sertbund hat auf jeden Fall dazu auch, äh, einen Post gemacht, ähm, sogar Anfang Juli sehe ich gerade dazu, ähm, genau. Und das ist von 2019. Es zeigt halt mal wieder immer die Präsenz und, ähm, ja, viele, ich denke mal viele Krankenhäuser, Kliniken, was auch immer, sind ja mit der IT entweder noch ziemlich hinter dem Mond, äh, da laufen uralte Systeme und so richtig Gedanken macht sich da keiner drüber. Wir hatten ja schon mal so einen Fall, da war es ja so ähnlich mit Herzschrittmachern und der Software, ist ja auch schon ein bisschen her, ähm, auch die dürfen sich vor sowas nicht verschließen. Also da muss man halt mal anpacken. Oder ich erinnere mich noch an den Fall in Aschaffenburg, ähm, mit dem, äh, von den Sysops, ähm, mit dem Telekom-Router, wo dann der, ähm, der Arzt, ähm, einfach Zugriff auf dem Fileserver über eine Portweiterleitung, ähm, eingerichtet hat. Blöd nur, dass die, die Share keine Authentifizierung hatte und da konnte halt jeder drauf und irgendwelche Krankendaten praktisch abrufen. Ähm, blöd. Das ist halt, das ist halt so das Ding, wenn da Leute am Werk sind, die, ähm, sag ich mal, nicht mal eine Ausbildung in dem Bereich, ich will nicht sagen, nicht wissen, was sie machen, weil es gibt auch viele ITler, die nicht wissen, was sie machen, aber noch nicht mal eine grundliegende Ausbildung haben, aber halt denken, sie können es. Und das ist halt sehr verführerisch, weil das Internet, ähm, bereitet, oder das Internet hat alle Infos, die du brauchst, um IT-mäßig Sachen einzurichten. Ganz klare Sache. Das Problem ist allerdings, oder der große Unterschied ist zwischen, äh, Lieschen Müller und dem Systemadministrator, der eine Ausbildung genossen hat, dass der Systemadministrator gewisse Basics weiß, die Lieschen Müller nicht weiß. Lieschen Müller will einfach nur ein Problem gelöst haben. Lieschen Müller will einfach nur auf die Daten zugreifen von überall aus. Der Admin, der hat natürlich die ganze Ausbildung genossen, hat tausend Informationen noch nebendran. Hier, wie sieht's denn aus mit Verschlüsselung? Äh, im Internet kann jeder jeden sehen, theoretisch und so weiter und ich brauche eine Firewall, ich brauche ein VPN. VPN wäre eine allgemeine gute Idee. Diese Background-Informationen, die hat nur jemand, der sich entweder sehr tief damit beschäftigt hat, über ein Studium, eine Ausbildung oder vielleicht auch hobbymäßig sich sehr weiterbildet, aber dieses Wissen hat niemand, der mal eben schnell bei Google was raussucht und das dann einfach Copy-Paste umsetzt oder einfach klickibundi das macht, was da irgendwie zu sehen ist, weil dem fehlen halt einfach die Informationen. Das kann im internen Hausnetz, kann das super funktionieren, aber somit wie das nach draußen geht, kann es halt ein absolutes Desaster werden und noch schlimmer halt, wenn, ja, wenn man mit Patientendaten hantiert als kleine Praxis oder meinetwegen. Es gab auch schon Anwaltskanzleien, kleine Anwaltskanzleien, Steuerberater, die sowas gemacht haben. Ja, wo halt, was weiß ich, der zehnjährige Sohn vom Chef dann halt einfach irgendwie das Netzwerk administriert und keine Ahnung hat, was er da eigentlich macht oder vielleicht sogar der Chef selber, der sagt, hey, ich bin, ich habe doch Medizin studiert oder ich bin doch Jurist, ich weiß doch alles über, über IT, dann richte ich das doch mal selber ein. Klingt jetzt vielleicht auch wieder sehr hochnäsig und arrogant, aber das ist halt leider das, was man so im Daily Business als IT-Mensch so erlebt, immer mal wieder. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, ja, wir brauchen da jetzt nicht weiter drauf rumhacken, weil es ist halt, es ist tragisch, dieser Hackerangriff, aber es wird halt leider Gottes auch immer wieder passieren. Ja, wir können nur hoffen, dass die ganzen Kliniken daraus lernen. Ich bin immer noch der Meinung, wir brauchen eine, ja, eine Zertifizierung, eine, eine, eine auditfähige Zertifizierung für, ähm, Kliniken und, ähm, das, da werden wir nicht drum rumkommen, glaube ich, weil freiwillig machen viele das wahrscheinlich nicht, die werden alle, die werden, genau, die werden alle kaputt gespart, was in vielerlei Hinsicht für das Personal schlimm ist, was für die Patienten schlimm ist, ähm, ja, das ist halt gerade da am falschen Ende, glaube ich, gespart. Es ist schwierig, natürlich, äh, ist Medizin sowieso teuer, allgemein ist so Gesundheitswesen keine billige Geschichte, aber zur Not muss halt da einfach dann, ähm, und es sei wirklich ungern als libertärer Freigeist, äh, vielleicht muss da halt auch der Staat nachhelfen, äh, dass da was passiert, äh, vielleicht auch sogar irgendwie, äh, in Verbindung mit Förderungen oder irgendwas. Auf jeden Fall müssen da Spezialisten ran, äh, die sich damit auskennen, ähm, und in dem Fall wäre es halt vielleicht sogar, man weiß es nicht 100%, aber vielleicht sogar ein ordentliches Patch-Management hätte das Problem gelöst, ähm, und vielleicht gab es auch sogar, man weiß es nicht, den Admin, der schon gesagt hat, hey, wir müssten vielleicht mal hier Citrix updaten, äh, aber wir kriegen die Zeit nicht eingeräumt oder die Mittel nicht eingeräumt, äh, und dann ist halt sowas dabei rausgekommen. Gut, ähm, ja, was ist denn noch passiert? Ich hab, äh, jetzt noch eine Kategorie aufgemacht, Hacks, die noch erwähnt werden müssen, weil es war jetzt, während wir weg waren, schon ein bisschen wild, ähm, es gab einige Hacks, zum Beispiel auch Equinix, da war ja am Anfang so das Gerücht, dass, äh, die, der Hackerangriff auf die Klinik in Düsseldorf in Verbindung steht mit Equinix, Equinix ist ja ein, äh, Backbone- und Rechenzentrumsbetreiber, der ist ziemlich groß, äh, und den hat ein Ransomware einfach mal ihr komplettes Zeug verschlüsselt und verhagelt, äh, da gab es einige Probleme, dann gab es zum Beispiel auch einen Angriff auf den, äh, DFB, also den Deutschen Fußballbund und, ähm, ja, die haben halt eben einen Angriff auf ihre Office-IT verzeichnen können und, äh, sind von Schadsoftware befallen und mussten teilweise ihren IT-Betrieb, äh, herunterfahren und, ja, betroffen waren halt auch zum Beispiel Internetseiten von denen und, ähm, ja, DFB kann man dazu nur sagen, ähm, dann gab es einen Datenleck bei Razer, Razer kennt man ja vielleicht, äh, in Verbindung mit Gaming-Hardware, Mäuse, Tastaturen, äh, Mauspads und so, das ist ja eher so eine Lifestyle-Gamer-Marke und, ähm, ja, die haben sich einen ziemlich großen Schnitzer geleistet, weil, äh, da konnte man ungehindert auf tausende Zugangsdaten, äh, vom Online-Shop zugreifen, also Bestellungen plus Details, irgendwelche, äh, Kundendaten, Adressen und so weiter, ähm, ja, da war einfach ein Elastic-Search-Cluster ungeschützt im Netz. Ähm, Elastic-Search ist ja eigentlich eine feine Geschichte, man kann damit richtig viel machen, Problem ist halt, äh, dass es da schon öfters mal irgendwelche Data-Breaches gab, weil sich da irgendwelche Leute bei Amazon irgendeine Cloud-Instanz geklickt haben, da Elastic-Search drauf geballert und dann eine Schnittstelle zu ihrem System hergestellt haben und dann war das Ding halt offen wie ein Scheunendor, also da ist halt auch, VPN hilft halt manchmal, äh, ne, und, und dann könnte man solche Sachen halt irgendwie, äh, vor Angreifern verbarrikadieren, auch wenn man die jetzt nicht unbedingt direkt patcht und, ähm, ja, aber gut, das ist halt passiert und jetzt sind die Daten im Netz, wahrscheinlich ist auch meine Adresse dabei, ich hatte nämlich bei Racer auch irgendwann mal was bestellt, ist schon bestimmt einige Jahre her, aber, ja, ist halt so. Gut, dann gab es einen massiven Hack auf irgendwelche Magento-Shop-Systeme, Magento ist ja sowieso, äh, ja, da brennt's unten in der Hütte, weil die haben ständig irgendwas und das ist so, dass, das Wordpress unter den, unter den Shop-Systemen, ähm, also da, wenn ihr Magento-Shop irgendwo einsetzt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal euer System updaten und, ähm, da gibt es auch jetzt mittlerweile die Zahl, dass fast 2000 Online-Shops, äh, komprimiert, äh, wurden und sogar Kreditkartendaten abgezogen wurden von irgendwelchen Magento-Shops, ähm, ja, zum Glück setzen wir kein Magento ein, ja, also da ist man mal ganz froh, wenn man irgendein anderes System hat, ähm, was jetzt nicht so in der Masse angegriffen wird, ähm, ja, dann gab es einen Ransomware-Angriff auf Argentiniens Einwanderungsbehörde und, äh, davon, und da sind auch deutsche Passdaten im Netz gelandet, warum auch immer, ähm, ja, das, äh, wird wohl schwierig, ja, und dann gab es noch, äh, eine undichte Stelle, ein, ein, ein Leck sozusagen bei Windeln.de, also, okay, ähm, da ist wohl auch einiges, äh, Da passt dann, läuft bei dir wohl auch ganz gut, äh, ja, gut, äh, windeln.de, äh, falls jemand da unterwegs ist und da irgendwelche Sachen, also, wahrscheinlich Windeln. Haben wir da einen Code? Na, Spaß. Ja, unser neuer Affiliate-Link bei windeln.de, ähm, naja, gut, äh, dann gab es noch, das ist jetzt außerhalb der Kategorie Hacks, äh, eine kritische Sicherheitslücke in Trend Micros, das ist ja ein großer Security. Äh, Anbieter, also AV und mittlerweile alles mögliche Anbieter, ähm, gab es eine große Lücke in der Server Protection, ähm, die halt auch zum Beispiel Linux-Systeme bedroht hat, ich meine, äh, ich höre jetzt schon das heiße Forum klingen, äh, für Linux braucht man keinen Virenschutz, ähm, naja, jein, also es gibt durchaus, äh, Szenarien, in denen auch sinnvoll ist, auf ein Linux-System einen Virenschutz, äh, zu installieren. Man denke nur allein mal an einen Mail-Server, der unter Linux läuft, der aber auch, äh, Mails an Windows-Clients ausliefert, zum Beispiel, ähm, und da macht es durchaus Sinn, ähm, für so ein ganzheitliches Security-Konzept, dann schon mal auf so einem System einen, einen, einen Malware-Schutz zu installieren. Ähm, ja, und da gab es eben jetzt eine kritische Lücke, ähm, und da gibt es aber mittlerweile auch einen Patch, das heißt, wenn ihr dieses, äh, Trend-Micro-Gedöns einsetzt, dann könnt ihr das auch updaten. Ähm, ähm, bekannt ist auch, dass, äh, die, der Angriff aus der Ferne möglich ist, und, ähm, ja, das, äh, ist nicht gerade unkritisch, weil man kann halt da eben über Fernzugriff dann Zugriff auf die Systeme erlangen. Und je nachdem, was es halt für ein Linux-System ist, kann es halt richtig gefährlich werden. Gut, richtig gefährlich wurde es auch bei einem DDoS-Angriff. Was war denn da schon wieder los im World Wide Web? Genau, da gab es nämlich einen größeren, äh, DDoS-Angriff auf das Unternehmen Tutona. Die bieten sichere E-Mails an, also auch mit Verschlüsselung und dem Ganzen. Und, genau, als erstes wurden... Habe ich vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja, ich kenne es ja jetzt an und, also, ich höre es jetzt auch zum ersten Mal. Ja, genau. Und die haben eben, äh, in der letzten Woche einen DDoS-Angriff und jetzt ein paar Tage später, äh, wurden auch die DNS-Server angegriffen, auf denen diese, äh, DNS-Einträge vorhanden sind. Und dadurch sind sie dann wieder, hatten sie dann auch wieder einen Ausfall. Also, ich, äh, habe mir gerade mal noch den ihre, also den ihrer Website angeguckt. Ähm, ähm, aha, Hostway sind die gehostet. Interessant. Nur mal so als, als Neben, äh, Randinformation. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt eher auf sowas getippt wie 1&1 oder so. Ähm, und scheinbar haben die auch, äh, also sie haben schon mal keine eigene AS-Nummer. Sie haben aber eine, eine, äh, Range bei Hostway, äh, gemietet. Interessant, äh, was es so alles gibt. Ja, aktuell ist der Dienst scheinbar wieder online und, ähm, ja. Ich bin mal gespannt. Äh, sie haben bisher noch kein Akamai oder Cloudflare oder irgendwie, oder Link11 oder irgendwie sowas da vorgestellt. Ähm, wäre vielleicht mal eine Idee. Nee, das wollen sie auch aus irgendeinem Grund, äh, vermeiden, weil sie ja, glaub, ich glaub mir im Artikel stand, weil sie ja dann das SSL-Zertifikat dann nicht weiterreichen müssten. Und die haben das jetzt... Ja, nachvollziehbar. Ja, die haben das jetzt irgendwie so, die arbeiten mit einem anderen deutschen Unternehmen, äh, wo war es denn? Link11, hätte ich gedacht. Ja, Link11, genau. Ja, arbeiten die zusammen. Ja, ich meine, äh, Link11, ähm, ist in Deutschland ja sehr bekannt. Zum Beispiel Spiegel.de ist auch hinter Link11, um mal einen, eine Website zu nennen, die wahrscheinlich jeder von uns mal besucht hat. Ähm, die werden auch von Link11, äh, geschützt. Vor ein paar Jahren haben die noch geworben, dass sie das britische Königshaus schützen. Ähm, weiß zwar nicht, was die großartig mit DDoS-Angriffen zu befürchten haben, weil, wer guckt schon auf die Internetseite des britischen Königshauses. Aber, hey, gut, ich meine, immerhin haben sie Link11 davor. Also, das, äh, bringt ja... Und, äh, bei den Gamern vielleicht bekannt Nitrado. Also, alles, was von Nitrado ist, hängt, äh, hängt hinter Link11. Also, die schützen auch, äh, Nitrado. Was ich sehr spannend finde, weil, äh, die hätten ja auch irgendwas, ein US-amerikanisches Unternehmen nehmen können. Aber, nee, sie haben Link11 genommen. Gut, ähm, ja, soviel dazu. Ähm, wenn... David lacht schon wieder. Ähm, ja, wenn der DDoS, ähm... Ja, nee, anders. Ähm, wer mobil DDoS-Angriffe ausführen möchte, der kann das im Moment, äh, noch über LTE machen. 5G ist ja noch nicht so ganz verfügbar. Wenn 5G verfügbar ist, geht er ein bisschen mehr. Wenn man allerdings im Zug sitzt, kann man mit LTE wahrscheinlich nicht mal mehr eine Website bald aufrufen. Ähm, und, äh, geschweige denn einen ordentlichen DDoS-Angriff rausblasen. Ja, das ist eher ein bisschen schwierig, also meine eigenen... Moment, warte, warte, Moment, nein. Nein, äh, ja, der eine oder andere kennt es eigentlich ziemlich viele. Ähm, die LTE-Abdeckung am Deutschen Bahnstrecken ist noch sehr lückenhaft. Ich meine, es heißt ja auch Mobilfunknetz und nicht Decke. Vielleicht kommt die Assoziation auch daher. Aber, äh, rund durchschnittlich 5% des Deutschen Bahnschienennetzes haben keine LTE-Mobilfunkabdeckung. Das sagt das Bundesverkehrsministerium. Wir haben mal so kurz schaut, 38.500 Schienenkilometer haben wir in Deutschland. Das entspricht bei etwa 5% 1925 Kilometern Bahnnetz. Und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass das schon alles ist. Aber wer weiß, wer die Statistik erhoben hat. Naja, auf jeden Fall ist bundesweit wohl jeder 20. Kilometer Eisenbahnstrecke nicht mit schnellem 4G-LTE abgedeckt. Ähm, das hat das Bundesverkehrsministerium auf einer Anfrage der FDP geantwortet, die der Deutschen Presseagentur vorlegt. Der Deutschen, der Deutschen bessere Presseagentur vorlegt. Ähm, betroffen sind demnach, ja, knapp 2000 Kilometer. Und das entspricht dann eben 5%. Die schlechteste Abdeckung hat wohl Rheinland-Pfalz gewonnen. Bei denen ist es wohl jeder zehnte Kilometer. Und, ähm, ja, genau. Genau. Hingegen sollen Zugreisende auf dem Weg nach Berlin, Hamburg und Bremen ungestürzt surfen können. Also angeblich ist da die Abdeckung bei 100%. Schleswig-Holstwein ist zum Beispiel nur jeder 80. Kilometer schlecht versorgt. Ich für meinen dafür halten muss sagen, es kommt mir deutlich mehr vor. Wenn ich von München nach Karlsruhe mit dem Zug fahren muss, habe ich gefühlt zu, weiß ich nicht, 65, 70% der Zeit gar kein Internet. Oder nicht mal Empfang. Und das ist egal, ob ich da bei Vodafone oder bei Telekom oder bei O2 bin. Ja, wobei ja O2 oder Telefonica wahrscheinlich am schlimmsten ist. Das ist, äh, aber willkommen in Deutschland. Ja, aber ich meine, es wird, mal schauen, ob das besser wird mit 5G. Wir haben ja jetzt dann noch einen vierten Netzanbieter, den wir dazubekommen. Und, äh, anstatt dass man ein gemeinsames Netz hinstellt, was gut funktionieren soll, ähm, gibt es halt wieder irgendwie vier und die wollen dann irgendwie ihre horrenden Gebühren, die sie bezahlen mussten, natürlich auch irgendwie wieder reinhören. Also sparen sie auch am Netzausbau. Also, ob das dann was gibt, ich bezweifle es ja. Ja, es ist politisch halt einfach kaputt, dieses, äh, Mobilfunksystem. 770 Milliarden, glaube ich, sind die Lizenzen für, für Telekom oder so versteigert worden. Also. Also es ist einfach absurd und, äh, eine Lösung wäre halt auch gewesen, man, man baut ein Netz gemeinschaftlich aus oder man teilt Deutschland in bestimmte Bereiche und der eine Anbieter baut da aus, der andere da, möglichst so, dass halt jeder mal ein paar schwierigere Teile dabei hat, weil Mobilfunkmast ist nicht gleich Mobilfunkmast. Es gibt halt, da kann man, braucht man einfach nur mal ein paar Leute zu fragen, die bei der Telekom in dem Bereich tätig sind. Äh, es gibt halt Masten, die baust du halt mal eben schnell an einem Nachmittag auf und es gibt welche, da musst du, ähm, ja, sag ich mal, mehrere Monate dran arbeiten, weil das halt so komplex ist. Wir haben so Sachen wie Denkmalschutze in Deutschland und, und zig Sachen, die da mit reinspielen. Äh, und dass man da halt einfach Deutschland aufteilt und macht dann National Roaming, das heißt, jeder kann jedes Netz benutzen und, äh, dann könnte man das vielleicht noch irgendwie fair abrechnen und fertig. Und das wäre wahrscheinlich eine Lösung, da, da hätten wir eine flächendeckende Abdeckung, aber das will halt auch niemand scheinbar von den Politikern. Also, es gab noch, also es gab irgendwie von keinem Politiker ernsthaft mal irgendwas, wo jemand wirklich ernsthaft angefangen hat, irgendwas zu verändern an unserem Mobilfunknetz. Vielleicht mangelt es da natürlich auch an Fachwissen und da traut sich keiner ran, weil, weil die einfach keine Ahnung haben, wie das denn funktioniert. Ähm, aber es ist halt einfach, traurig, weil man sieht halt, in anderen Ländern funktioniert's, wenn du im Ausland unterwegs bist, äh, du hast eigentlich überall LTE und hast Empfang, äh, nur in Deutschland hast du halt echt diese, diese großen Probleme und, ja, ist schon irgendwie. Ist traurig, ja. Ja, schade. Ich würde vorsichtig sein mit Deutschland in Sektoren aufteilen und so. Ich meinte ja nur. Hatten wir doch erst. Ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, prinzipiell ist es. Logische, im Planquadrate und keine Ahnung, dass man halt das aufteilt, wer wo tätig wird, welcher. Das ist dann wie Aldi Süd und Aldi Nord. Aber dann ist halt, was weiß ich, die Telekom hat dann halt da einen Bereich und die O2 da, also Telefonica und Vodafone da. Und dann, und jetzt ist ja noch, ähm, die, ähm, wie heißen sie, die 1&1-Jungs-Netz. Drillisch, Drillisch heißen sie. Drillisch, genau. Das ist der Mobilfunk-Ableger von denen. Die sind ja da auch mit im Boot jetzt und bauen da aus. Das gibt halt auch wieder so einen Schweizer Käse, dieses Netz in Anführungszeichen. Das ist Wahnsinn. Da helfen auch irgendwie die 1,1 Milliarden, die der Bund irgendwie noch dazu schießt, halt nichts. Die sind ruckzuck weg. Also das geht, das geht schnell. Also das kriegen die, das Geld kriegen die ruckzuck verbraten. Gut, ähm, ja, was auch abbraten kann, abbrauchen kann, das ist, äh, sind virtuelle Maschinen bei VMware. Ja, jetzt habe ich ja vorhin wie Ember über den Klee gelobt und nicht, dass es dann noch heißt hier, äh, der Steffen kriegt Geld dafür, dass er vor Ember hier über den Klee lobt. Die haben nämlich aktuell eine große Sicherheitslücke, ähm, mit der es wohl möglich ist, auch virtuelle Maschinen abzuschießen und Berechtigungen innerhalb der, äh, Verwaltungstools, äh, zu erschleichen. Ähm, ein Update steht aktuell noch aus. Ähm, das eine ist halt eben diese, ähm, Berechtigungs, äh, Lücke und das andere ist halt eben eine Art DDoS oder DDoS-Lücke, ähm, die Dinger haben alle schon CVE-Nummern, ähm, wird leider von, äh, VMware jetzt aktuell, äh, ja, als, als Bedrohung, ähm, einmal mittel und niedrig eingestuft. Ähm, bin ich mal gespannt, wann das Ganze dann gepatcht wird. Ähm, das ist halt auch wieder was, hauptsächlich die Leute, die ihre, ähm, Systeme online im, Netz stehen haben, die haben da natürlich, äh, bieten da eine große, äh, Fläche, Angriffsfläche. Wer natürlich das Ganze im Intranet betreibt, äh, hinter Firewalls und, äh, über VPN, der ist da wahrscheinlich erstmal, der kann sich da erstmal entspannt ein bisschen, äh, zurücklehnen, sollte natürlich den Patch irgendwann dann doch mal einspielen. Ähm, ja, so ist es halt. Gut, ähm, jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Geschichte, die wollte ich hier mal kurz erwähnt haben, äh, es gibt, weil wir hatten schon mal drüber gesprochen, das ist glaube ich eine Erweiterung zu einem Thema, was wir schon, ich glaube David und ich, wir hatten das mal angesprochen, da ging es auch wieder um das Thema Umweltschutz und, äh, dass da halt auch wieder irgendwelcher Quatsch erzählt wird und, äh, Anstoß des Ganzen war einmal ein Beitrag, ich meine vom ZDF oder irgendwas, ähm, wo dann einfach mal behauptet wurde hier, Leute, streamt mal ein bisschen weniger, weil das ist ja alles so umweltschädlich und ganz schlimm und, äh, ja, und dann wurde, ähm, dann wurde halt eine Statistik angeführt, dass, äh, keine Ahnung, wie viel Gramm CO2 für eine Serien-Episode, äh, rausfallen. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt, weil ich gedacht habe, das ist doch alles Quatsch, das kann doch alles nicht so stimmen, was da erzählt wird und zum Teil stimmt's auch wirklich nicht, denn, ähm, diese, diese Werte, die da im Fernsehen, äh, verbreitet werden, die beziehen sich nämlich auf das Streaming über, ähm, 3G-U&PS. Jetzt frage ich mal, wer streamt denn bitte Netflix über 3G-U&PS? Weil lädst ja ewigen. Genau. Und, ähm, wenn man jetzt mal, erst mal das lädt ewig und zweitens mal, du hast ja eh kein, kein Datenvolumen in Deutschland. Also, es gibt ja nur ganz, ganz wenige teure Tarife, äh, wo du wirklich unbegrenztes Datenvolumen hast. Also, es wird sich, glaube ich, niemand trauen, wenn er nicht WLAN irgendwo hat, WLAN-Möglichkeiten, dass er sagt, hey, jetzt hole ich mir das mal über Mobilfunknetz. Also, ich meine, äh, das ist schon ein bisschen sehr speziell. Und das ist halt mal wieder, da waren Redakteure am Werk, die keine Ahnung haben, wo ich mir dann frage, wer kommt denn auf die Idee über 3G, sich Netflix stundenlang reinzuziehen? So, und dann kommt man nämlich hier, wenn man jetzt mal die Treibhausgasemissionen pro Stunde anguckt, äh, für HD-Qualität, dann kommt man halt eben auf 90, äh, Gramm, ähm, pro Stunde, wenn man das über 3G streamt. Wenn man aber über LTE geht, wiederum 4G, dann liegt man nur bei 13%. Hat man schon die neue Qualität, äh, 13 Gramm, wenn man jetzt die neue Netzstruktur schon hätte, 5G, dann hätte man nur 5 Gramm. Wenn man das Ganze aber so über sein VDSL, was wahrscheinlich 90% oder noch mehr machen, streamt, dann nur 4 Gramm. Wenn man Glasfaser hätte, Fiber to the home, nur 2 Gramm. Also, dann sieht man doch, der Glasfaserausbau in Deutschland, der ist nicht nur gut für unsere Wirtschaft und für Privatvergnügen, sondern der ist auch gut für die Umwelt. Das muss man da auch mal klar festhalten. Und auch der 5G-Ausbau, weil 5G weniger Energie braucht als 3G und 4G. Das darf man auch nicht vergessen. Aber auch VDSL braucht weniger Energie. Deswegen, Leute, also, ähm, die, was ich vorhin schon erwähnt habe, manchmal ist Technologie halt auch der beste Umweltschutz. Ist einfach so. Weiterentwicklung von irgendwelchen Systemen. Man braucht nur mal an die Glühbirne denken und an LED mittlerweile. Was da für, äh, ja, für Energie eingespart wird. Und dementsprechend halt auch Treibhausgasemissionen. Aber gut. Das ist, äh... Das wollen manche immer noch nicht wahrhaben. Und das ist halt immer wieder, immer wieder der gleiche Spaß, wo du dir echt nur in den Kopf fassen musst. Und da sieht man auch wieder, hat man sich auch wieder schön aus irgendeiner, irgendeiner Sache sich die, die, äh, Rosinen rausgepickt und dann damit irgendwie Großwelle gemacht für etwas, was eigentlich total irrelevant ist. Genau. Naja, gut, ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, die Fernsehsender, äh, die sind, was das angeht, ja nicht ganz unabhängig. Können sie ja gar nicht sein. Weil sie wollen ja gar nicht, dass du streamst. Weil sie wollen ja, dass du weiterhin fern guckst. Ganz klassisch, linear, dass du die Werbung anguckst. Das sind denen ihre Einnahmen. Und wenn jetzt, sag ich mal, die ganze Jugend, äh, ihre, ähm, Video, ihren Videokonsum auf, äh, YouTube macht oder auf Netflix, äh, dann ist es halt nicht gut für diese Unternehmen. Das sind Medienunternehmen, die verdienen damit ihr Geld. Und deswegen sind solche Aussagen halt völliger Quatsch. Ähm, und man versucht sich da irgendwas gerade, äh, zurechtzubiegen. Ich will nicht sagen Lügen, weil es ist nicht Lügen. Es werden bewusst Informationen verschwiegen oder halt eben, ähm, Optimiert dargestellt. Optimiert dargestellt, genau. Das ist kein direktes Lügen. Aber es führt halt Leute in die Irre. Und gerade Leute, die halt technisch nicht genau wissen, was das Handy da eigentlich macht. Die auch nicht wissen, was LTE ist. Sondern die halt einfach sagen, ich hab hier ein Gerät. Es hat Internet. Was auch immer das ist, wo auch immer das herkommt, ist ja dem Normalkonsumenten völlig egal. Weil es ist halt Internet. Ne, und, und das sind so die Geschichten. Und das finde ich halt äußerst bedenklich. Übrigens noch so ein paar Fakten am Rande. Wer da wirklich jetzt, äh, Bedenken hat, wenn er jetzt zum Beispiel unsere YouTube-Videos konsumiert. Äh, YouTube, 100% Ökostrom. Alle Rechenzentren von Google, Ökostrom. Unsere Server bei QSO4U, auch alle Server von QSO4U, 100% Ökostrom. Schon seit einigen Jahren. Wir haben jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren den Hoster gewechselt. Davor hatten wir auch schon Ökostrom. Jetzt haben wir auch Ökostrom. Wir haben sogar Server mittlerweile, äh, ja, in, in Finnland stehen, die dann mit Außenluft fast das ganze Jahr über lang gekühlt werden. Soviel zum Thema. Die IT ist, äh, sehr umweltschädlich. Natürlich, es gibt Bereiche, Hardware, denke ich mal, zum Beispiel. Sinnloses Crypto-Mining. Seltene Erden und so weiter. Genau, da, da kann man schon drüber reden, dass es Quatsch ist. Aber man kann, wenn man möchte, Gesundheit, wenn man, Gesundheit, wenn man Energie, ähm, sag ich mal, umweltfreundlich produziert, durch erneuerbare Energien und die einem Rechenzentrum zuführt, dann kann man durchaus sehr gut, äh, damit arbeiten. Das ist das gleiche Prinzip wie Elektroautos oder Elektromobilität. Wenn ich da beschissenen Kohlestrom reinstecke, natürlich ist dann, äh, ein Elektroauto auch nicht gut. Wenn ich da aber sauberen Strom reinstecke, dann ist es eine feine Sache. Und das ist halt bei der IT das Gleiche. Und deswegen halt, Google hat da schon seit Jahren machen die das und die haben da einen sehr großen Fokus drauf. Bei denen lohnt sich das auch, sehr viel Strom, zum Beispiel durch eigene Photovoltaikanlagen, äh, ins Rechenzentrum einzubringen. Wir hatten vor einigen Folgen mal drüber geredet, dass Google zum Beispiel irgendwelche Dienste, irgendwelche Jobs, sag ich mal, die jetzt nicht unbedingt sofort laufen müssen, die lassen die dann laufen, wenn viel Energie im Rechenzentrum durch Photovoltaik, durch sonst was vorhanden ist, lassen die diese energieintensiven Dienste laufen, weil sie sagen, jetzt habe ich ja den Strom. Sehr intelligent sowas. Ja, und wie gesagt, bei Cours of a You, wir haben jetzt hier 100% aus Wasser, äh, Wasserenergie, Wasserkraftwerken. So, jetzt habe ich es, Wasserkraftwerken und dementsprechend auch 100% Ökostrom plus halt eben diese Komponente, dass eben in Finnland die Server außen Luft gekühlt werden zu sehr, äh, langen Zeitraum. Gut, dann haben wir dieses Thema auch, äh, ach ja. Da haben wir nochmal einen kleinen Schwenker zurück zum Mobilfunk. Nochmal Mobilfunk. Ja, genau. Nachdem es ja noch nicht reicht, äh, wieder ein neues, äh, Mobilfunknetz, äh, zu bauen, äh, muss natürlich auch in all das jetzt abgeschaltet werden oder soll. Die Deutsche Telekom schaltet im Sommer 2021 das UMTS-Netz ab, also das 3G-Netz, ähm, und das macht auch Vodafone sogleich. Die O2-Kunden haben demnach noch länger Zeit. Ähm, naja, ich muss nur sagen, die haben dann gar kein Netz, wenn das 3G-Netz noch weg ist, dann haben O2-Kunden rechtes Problem. Man überlegt, dass bis heute auch das 3G-Netz nicht 100% flächendeckend so wirklich toll funktioniert. Ähm, kann es ja nur spaßig werden, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache, weil auch so ein Netz zu betreiben, kostet natürlich viel Geld, irgendwelche Sachen parallel zu betreiben. Und auch Strom, natürlich, Das ist eine klare Sache. Und, ähm, es ist auch so, dass die ganzen Prepaid-Tarife, die natürlich dann noch auf UMTS laufen und kein 4G haben, zum Beispiel bei Kongstar, sollen mit LTE ausgestattet werden. Und, äh, ja. Was ich noch interessant fand, war, laut dem Jahresbericht der Bundesnetagentur wurden Ende 2019 gerade mal 55% der aktiv genutzten SIM-Karten im LTE-Netz eingesetzt, was natürlich noch zeigt, dass da noch einige entweder mit Geräten unterwegs sind, die gar nicht LTE-fähig sind. Gerade, denke ich mal, ältere Leute, vielleicht auch noch Leute, die einfach, ja, Handys haben und nicht Smartphones, ja. Also meine Oma ist es schon mal nicht. Die hat nämlich ein Smartphone mit LTE mittlerweile, aber sie hat zum Beispiel auch Kongstar und wenn es dann umgestellt wird, ich glaube aber, die hat mittlerweile jetzt auch LTE über Kongstar. Ja. Aber das, äh, ja, das wissen die ja. Ich meine, Kongstar ist eine Tochtergesellschaft der Telekom und, ähm, die wissen das schon und es ist eigentlich sogar ganz gut, dass man, äh, UMTS abschaltet, weil UMTS ist halt nicht gerade, gerade, also wenn, gerade die Telekom hat ja 4G, also LTE, ziemlich flächendeckend, also sehr flächendeckend, zumindest mehr als die anderen Anbieter in Deutschland ausgebaut ähm, und die bauen auch noch fleißig aus, wenn man den Pressemitteilungen glauben kann, die ich da ständig bekomme von der Telekom, äh, nehmen die wöchentlich mindestens fünf Standorte in Betrieb noch zusätzlich und, ähm, dann macht es schon Sinn, dass man sagt, okay, diese, wir haben es ja vor ein paar Minuten gerade gehabt, diese Technologie, die nicht nur langsam ist, sondern halt auch sehr viel Energie braucht, dass man die einfach abschaltet und, ähm, da ist es vielleicht sogar wichtiger, dass man sagt, für diese normalen Handys ohne Smartphone-Funktionen, die haben dann halt weiterhin, ähm, GPRS oder halt eben, ähm, ja, GPRS oder Edge, äh, dass man die Sender noch laufen lässt, aber UMTS, glaube ich, ist wirklich verzichtbar, weil es gibt kaum Handys, die, die nur UMTS können, aber dafür kein GPRS oder Edge, also das gibt es eigentlich nicht. wie gesagt, also 3G ist zwar aus, ähm, Geräte können noch mit dem Vorgängerstandard 2G im Internet surfen, wobei das natürlich absolut langsam ist, aber, ja, surfen kann man das nicht nennen. im Warten, auf jeden Fall, ja, genau, wird es abgeschaltet, also falls vielleicht bei euch noch, weiß nicht, mal schauen, was Oma oder Opa oder sonst wer für ein Gerät haben, da mal gucken, Telefonie geht auch weiterhin theoretisch über das 2G-Netz, aber, einfach mal die Augen und Ohr aufnachten. Gab es eigentlich Voice over UMTS, weil Voice over LTE gibt es ja, aber Voice over UMTS, glaube ich nicht, ja, da bräuchten wir jetzt hier so einen Mobilfunkexperten, Voice over LTE, ja, genau, die Angst um Voice over UMTS, also anscheinend gab es da wohl was, aber, ach so, ja gut, Voice over UMTS, da habe ich einen Beitrag von der PC-Welt von 2008 gerade gefunden, also gab es wohl mal was. Ja, ja, ja gut, ich sage mal so, dann machen wir halt weiterhin über das GSM oder Netz dann halt normal, ja, das, es gab ja also zumindest meine Smartphones früher, meine etwas älteren noch, die haben eigentlich dann immer von UMTS, wenn ich telefoniert habe, auf Edge oder halt auf GPRS umgestellt, ja, komisch, ja gut, jetzt gibt es ja eben Voice over LTE, da bleiben die dann im LTE-Netz oder halt, wenn du zu Hause bist, halt über Wi-Fi, also das geht ja auch ganz gut, zumindest bei der Telekom, muss man mal eine Lanze brechen, also das funktioniert bei mir mittlerweile eigentlich recht zuverlässig, ja, was nicht zuverlässig funktioniert hat, war der Warentag 2020, ja, also bei mir war hier gar nichts, also muss ich ganz klar sagen, ich habe auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, bei uns, ich habe auch gar nichts mitgekriegt, wir hatten keine Sirene hier im Ort, es gab eine Benachrichtigung per App, das gab es wohl, die kam aber auch erst, also um 11.20 Uhr soll das glaube ich sein, die kam bei mir um 14 Uhr, ja, es gab scheinbar irgendwie Probleme mit dem Server, man konnte es ja kaum wissen, dass, wenn ich eine Push-Nachricht an alle, die es runtergeladen haben, runterladen, äh, rausschicke, dass ich da eine gewisse Sizing vom Server brauche, also, das hätte man nicht erwarten, nein, absolut, das ist ja, ja, ich meine, ich bin dafür, ich habe das schon mal zu jemandem gesagt, ja, das, das, äh, ist ja alles nicht so einfach, ich weiß nicht, also, ich mache jetzt ja mittlerweile den Job schon seit ein paar Jahren, und, ähm, wenn ich irgendwie einen Server für eine gewisse User-Anzahl auslege, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, sowas zu berechnen, wie viel brauche ich, und gerade bei, bei sowas wie einer App, die da irgendwelche Push-Notifications rausschickt, das ist doch ultra berechenbar, da kann ich doch sagen, wenn ich für 100 User, das ist doch skalierbar, dann kann ich das doch hochrechnen, jetzt habe ich so und so viele aktive Nutzer, und, also, ich, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber das ist irgendwie, es kann auf jeden Fall in meinen Augen nicht sein, dass der Server dann umkippt, außer er wurde gedochtet, wo man einfach keine Gedanken gemacht hat, also das ist wirklich, das ist halt einfach, das ist so ein richtiger IT-Fail, wo du ja auch wieder denkst, also, hier bei uns lief auch nichts, die Sirenen gingen, also, zwei gingen auf jeden Fall nicht, und die eine sehe ich von hier, kann ich quasi greifen, und die andere ist auf der anderen Seite vom Haus, auf dem Schulgelände, da ist auch gar nichts passiert, die Push-Notification kam irgendwie 30 Minuten nach, ähm, nach dem Alarm, bei der Nina-App, bei Katwan kam bei mir überhaupt gar nichts, ich habe sogar die App angeklickt, dann aktiv aufgemacht, es ist nichts passiert, ja, vielleicht hätte man ja einfach irgendwie wieder ein Ausschreiben machen sollen, und die Telekom oder SAP hätten sich drum gekümmert, wie bei der Corona-App, und hätten ein paar Millionen verbraten, aber, hm, aber vielleicht wäre es dann ein gelaufenes Thema, ist auf jeden Fall, schade, wir hatten es ja auch letztens schon so besprochen, das ist halt, es war ja irgendwie auch freiwillig für die Gemeinden, dann ist sowas meiner Meinung nach eh für den Arsch, also, wenn du sagst, ja, wir machen hier einen bundesweiten Warntag, aber ihr müsst nicht daran teilnehmen, ja, wow, also, ja, das ist ja totaler Blödsinn einfach nur. Ja, Georg, bei euch in der Oberpfalz, hat es da bei dir gebimmelt, oder überhaupt nicht, weil ich habe auch Cut-Bahn am Handy, da ist keine Nachricht eingegangen, und auch Sirenen, ich habe nichts gehört, also. Ja, also ich habe ja auch gehört, dass ja, äh, in vielen, äh, Gemeinden ja gar keine Sirenen mehr vorhanden sind, die wurden ja rückgebaut damals, rückgebaut wurden, und jetzt möchte man mit diesen, mit diesen Warentag, das dann wieder aufleben lassen, ähm, irgendwie schon sehr mehr, also ich finde es gut, dass es gemacht wird, weil natürlich, äh, ich meine, man sollte, ich meine, ich komme ja aus dem Bereich der IT-Sicherheit, und, äh, man sollte natürlich für den Ernstfall vorbereitet sein, unter Umständen spielt man halt gewisse Szenarien auch mal durch, kenne ich ja aus meinem Arbeitsbereich auch, und dann kann ich mir vorstellen, dass das für solche Katastrophengeschichten auch nicht verkehrt ist, aber es muss halt, äh, scheinbar müssen halt viele Prozesse neu gedacht werden, ist halt einfach so, und, ähm, was ich auch bei der Geschichte, äh, bei der Geschichte nicht verstehe, warum man nicht einfach auch eine Möglichkeit, hat, äh, um zum Beispiel SMS zu verschicken, weil wenn ich mir jetzt angucke, diese besagten Leute, die keine App auf dem Handy haben, die aber vielleicht auch aus Gründen, keine Apps installieren, die vom Bund kommen, weil sie Angst haben davor, ähm, dass man diese Leute halt zumindest per SMS erreicht, über den Provider, dass der dann irgendwas macht, äh, oder irgendwie, was einblenden kann, ähm, das verstehe ich halt nicht, warum sowas nicht möglich ist irgendwie, das wäre vielleicht auch ganz hilfreich, aber gut, im Fernsehen hat es übrigens funktioniert, da ist dann irgendwie so ein Laufband durchgelaufen, habe ich, äh, irgendjemand hat das geteilt, ich weiß nicht, ob es der Holger war oder so, da gibt es einen, einen Zusammenschnitt von einem YouTuber, der sich die Arbeit gemacht hat, auf allen Kanälen, die das eingeblendet haben, das irgendwie aufzuzeichnen, super spannend, äh, dass da so ein Laufband durchläuft, also wirklich unspektakulär, aber hat halt jemand Spaß dran gehabt, also das hat scheinbar funktioniert, aber diese ganzen direkten Warnungen, äh, haben irgendwie versagt. Naja, ich habe mir das mal in meinen Kalender eingetragen, äh, einfach damit ich es nicht vergesse, um zu sehen, okay, funktioniert das jetzt nächstes Jahr, äh, ist ja jetzt immer der zweite Donnerstag im, äh, nee, doch, September, muss September sein, war ja letzte Woche, ja genau, der, dieses Mal war es der zehnte, genau, und dann ist es halt nächstes Jahr, also der zweite Donnerstag im September, ist dann immer ab 11 Uhr, ich glaube 20, ähm, ist dann dieser Warntag in ganz Deutschland und dann gucken wir mal, wie das nächstes Jahr warnt, ob es warnt oder auch nicht warnt. Gut, ähm, ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob es bei euch, äh, ob bei euch was war oder eben nicht, ähm, ihr habt uns aber schon geschrieben, deswegen, wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende, langsam, in Anführungsstrichen, ähm, ja gut, also, folgen nach der Sommerpause, die haben eigentlich immer Überlänge, es ist einfach so, ähm, genau, äh, nee, wir haben nämlich Zuschriften bekommen, einmal auch von einem Zuschauer, der sehr, ähm, sehr viel Feedback dagelassen hat, per E-Mail, da schon mal vielen Dank, wir haben dich nicht vergessen, nein, auf gar keinen Fall, wir haben sogar, das kann ich schon mal spoilern, wir haben jetzt am kommenden Mon-, äh, nee, Dienstag, Dienstag, nicht Montag, Montag kommt der Tech Talk raus, Dienstag haben wir eine interne Redaktionssitzung, da werden wir einiges mal so besprechen, was den Podcast angeht, ähm, und da werden wir auch dein Feedback mit, äh, berücksichtigen, die Mail ist nämlich aktuell nur bei mir gewesen, und ich möchte das einfach mit den Jungs komplett besprechen, dass wir da einfach mal durchgehen, uns die Sachen anschauen, äh, die ein oder andere Idee habe ich schon, es gibt auch von den anderen Leuten noch Ideen, und, äh, wir wollen mal gucken, was wir vielleicht ändern wollen, können, wie auch immer, und da gibt es dann, denke ich, in der nächsten Folge vielleicht noch ein Update, oder spätestens in der übernächsten Folge, äh, wie wir da weiterverfahren. Joa, was ist noch passiert? Ich habe mir aufgeschrieben, von MC Sander, von der Eskimo Callboy, gibt es eine neue Version, also wer, äh, nach Hyper Hyper noch nicht genug hatte, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, da kann sich mal MC Sander 2 angucken, mit Hand of Blood. Schon habe ich wieder nur erworben. Ja, Ähm, ja, dann Apple Keynote war, ja, da habt ihr nicht so viel von uns gehört, wer da noch ein bisschen mehr Infos möchte, den kann ich einmal den Bits und so Podcast empfehlen, äh, da könnt ihr euch drei, vier Stunden Zeugs zur Keynote anhören, da ist auch der eine Redakteur von Heise dabei, äh, der Theo irgendwas, ähm, und, oder, äh, optional auch, wer lieber bei den Jungs vorbeischaut, die Jungs von, äh, von der Crew, also vom Felix Barlinger und vom Julian Völske und Jonah Plank und Jonas Falk, ähm, die haben auch was zur Apple Keynote gemacht und haben die kommentiert und, und so weiter und so fort und die sind ja voll im Apple Game drin, also die können da definitiv mehr, äh, dazu sagen als wir und, ja, da haben wir noch notiert, bei Sonstiges, ähm, Microsoft, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, die haben ja ihr Unterwasser-Data-Center, haben sie rausgezogen und haben geguckt, was ist denn jetzt kaputt und wie gut hat das denn funktioniert, äh, da verlinke ich euch auch mal was, da gibt es ein interessantes Video, auch von Microsoft direkt, wo der Projekt leider, also es war natürlich ein, einen Versuch, äh, mal ein Data-Center komplett unter Wasser zu betreiben, in so einer, in so einer Kapsel, ähm, und da beschreibt er halt genau, was, äh, was da passiert ist, was die Hintergründe waren, ähm, Spoiler, es ist nicht viel passiert, also das hat erstaunlicherweise sehr, sehr zuverlässig funktioniert, äh, interessant ist natürlich auch, äh, das Thema, das zum Beispiel, er gemeint hat, naja, es könnte ja daran liegen, dadurch, dass so wenig Leute da waren, dass das deswegen so stabil funktioniert hat, weil da niemand irgendwie mal rumgelaufen ist, es war halt wirklich komplett isoliert, abgeschlossen, und da hat niemand irgendwas in den Räumlichkeiten gemacht und umgesteckt und so weiter, es wurde halt nur von der Ferne aus darauf zugegriffen, das Ding hatte halt auch eine Glasfaseranbindung, wurde von außen mit Strom versorgt, äh, und war halt da bockstabil, hat zwei Jahre durchgehalten, natürlich sah das Ding nicht mehr so ganz fresh aus, wie ich es aus dem Wasser gezogen habe, da gibt es auch ein Video, wo dann jemand mit einem Kärcher dort steht und das Ding abkärchert, äh, das sieht so ein bisschen aus, wie so eine überdimensionierte Pille, mit dem Microsoft-Logo auf dem Kopf drauf, genau, mit einem Microsoft-Logo auf dem Kopf, ja, das wird direkt von Bill Gates, gibt es auch einen kleinen, und da ist auch ein Chip drin, und, wird dann von, äh, Sevin Naidu persönlich in den Kopf eingepflanzt, nein, Quatsch, äh, nee, aber das finde ich ganz spannend, dieses Prinzip der Unterwasser-Data-Sender, also ich könnte mir vorstellen, ohne, dass ich jetzt hier ein großer, äh, ja, großer Denker bin jetzt, was das angeht, aber dass das halt in Zukunft echt eine größere Rolle spielt, Und wenn ihr Bock habt, dass wir auch mal so ein Projekt durchziehen, schreibt es in die Kommentare, ah, nee, warte, also wenn die Leute uns das Geld dafür geben, auf jeden Fall, dann finde ich, glaube ich, schon den einen oder anderen, zur Not gehe ich einfach mal nach Grünheide, wenn Elon Musk da ist und sagt, hey, Elon, du, ich habe hier ein saugeiles Geschäft, lass uns doch einfach mal so eine SpaceX-Rakete, mit einem Data Center, in der Nordsee versenken, für zwei Jahre, und dann gucken wir mal, was passiert, ähm, ja, Spaß verseite, also ich glaube echt, dass das, äh, vielleicht sogar die Zukunft der Cloud-Data Center sein könnte, äh, ja, da brauchst du eine lange Leitung, hey, was, die wollten doch sogar schon einen Aufzug da hochbauen, äh, was, Thyssenhub, oder was? Eine Rolltreppe, oder Schmidt-Aufzüge, Nikone, es gibt auch noch andere gute Aufzugshersteller, muss ich nochmal so erwähnt haben, nicht, dass es dann heißt, ich habe da ein Sponsoring, ähm, äh, ja, ne, Mond ist schwierig, aber, ähm, ne, also so allgemein, glaube ich, ist es halt echt ein cooles Konzept, vielleicht sogar noch, wenn man, äh, sagt, man hat unter Wasser vielleicht die, äh, Compute Power und den Storage und so weiter, und, und halt die Server, äh, 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 ähm, so eine Plattform, wo zum Beispiel dann halt auch, äh, äh, für Stromversorgung, was weiß ich, Photovoltaik oder, äh, äh, Windräder oder vielleicht halt auch irgendwie, ja, vielleicht Notdiesel oder irgendwas, äh, dann oben auf Wasser schwimmt, ähm, äh, ja, weil irgendwas muss ja die Dinger oder man muss halt eine lange Leitung rauslegen, aber so im Prinzip, äh, wäre das vielleicht nicht schlecht. Wo ich dann nochmal so ein bisschen überlegt habe, Thema Umweltschutz, das ist jetzt so ein Münchner Thema, äh, wissen vielleicht viele auch nicht, ähm, in München haben die SWM unterhalb des, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht was weiß, ich glaube Stachus, haben die unterm Stachus einen Fluss, äh, in Röhren verlegt, und nutzen den, um die ganzen Gebäude dort zu kühlen, unter anderem. Und da wurde jetzt von Umweltschützern bemerkt, dass, äh, der Fluss, könnte die Isar sein, ich bin mir nicht sicher, ähm, dass die, wenn, wenn dieses Wasser da rauskommt, ist es natürlich wärmer und dass es nicht gut ist für die Fische, die dort, äh, in dem Fluss unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie hoch der Impact von so einem, ja, Unterwasser-Data-Center ist, das wird ja wahrscheinlich eher ein Konzept sein, nicht für irgendwie so einen regionalen Anbieter, einen Client, sondern eher für die ganz großen Cloud-Data-Center. Und die stellen ja dann nicht nur so eine Pille unter Wasser, sondern die würden wahrscheinlich dann ein paar mehr unter Wasser stellen. Und da ist halt die Frage, natürlich kühlt das sehr effizient und so weiter, aber, ähm, hat es einen Impact auf unsere, auf unsere Meeresschäden. Wasser ist halt auch ein guter Wärmeleiter, das muss man auch bedenken. Jeder, der eine Wasserkühlung hat, wird das schnell merken. Das gibt halt die Hitze viel, viel schneller an die Umgebung ab, so eine Wasserkühlung, das ist da ja genau das Gleiche. Genau, und nachdem ja sowieso durch die Klimaveränderung die Meere wahrscheinlich wärmer werden, ähm, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Im ersten Moment klang das alles sehr, sehr gut und interessant. Im zweiten Moment, wenn man das vom Umweltaspekt, ich meine, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich kann mir das halt so kombinieren, dass ich mir vorstellen könnte, dass es kompliziert wird oder schwierig wird. Vielleicht kann man das auch in Bereichen machen, wo man sagt, da ist es nicht so schwierig, weil da jetzt nicht gerade irgend so ein sehr spezieller Fisch unterwegs ist und da ist es eher wurscht. Ähm, keine Ahnung, aber es ist zumindest mal ein interessanter Versuch, dass man sieht, sowas funktioniert. Auch dieses Thema, vielleicht kann man das auch irgendwie in Becken machen, die an Land sind, dass man da künstlich irgendwie Server unter Wasser setzt, um sie besser zu kühlen. Vielleicht gibt es da auch eine Idee dafür. Also es muss ja nicht unbedingt gleich im Meer sein. Das kann ja auch irgendwo in einem Tümpel passieren, den man künstlich angelegt hat einfach und nutzt dann eben die Leitfähigkeit von Wasser. Und auch dieses Prinzip, Datacenter, wo kein Mensch mehr reinkommt, ist halt auch sehr interessant, weil halt scheinbar dadurch die Verfügbarkeit erhöht wird, durch diesen Fehlerfaktor Mensch. Naja. Wir werden sehen. Interessantes Thema. Und falls wir da noch Podcasts machen und sowas geht in Serie, werden wir definitiv nochmal drüber reden. und ich denke, wir können den Podcast 30, der auch irgendwie so ein kleines Jubiläum ist, irgendwie, keine Ahnung, runde Zahl, sagen wir es mal so, den können wir dann mit gutem Gewissen schließen. Habt ihr noch was? Nö. Nö. Wunschlos glücklich. Dann hoffe ich mal, dass wir euch auch wunschlos glücklich gemacht haben mit unserer Anwesenheit, mit unserem Podcast. Feedback wie immer an uns. tagtalk.qso4u.com Kommentare stehen natürlich zur Verfügung. Ihr könnt in alle möglichen Kanäle posten, die wir zur Verfügung stellen. Und natürlich freuen wir uns immer über ein Abo. Ach ja, falls ihr noch interessiert seid an unseren Gamescom Highlights der letzten sieben Jahre, gamescom reloaded.qso4u.com oder einfach auf unseren YouTube-Channel von QSO4U schauen. Da findet ihr 14 spannende Videos. Ja, und dann hören wir uns wieder beim Tag Talk 31. Servus. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020